Hallo liebe Leute, ich begrüße euch zur 23. Vorlesung Nano. Also wir sind im letzten Viertel oder letzten Fünftel der Vorlesung im Wintersemester 2021-2022 in der Physik an der Universität Konstanz. Und wir sind immer noch im Kapitel 5, Werkzeuge. Und ich muss mich jetzt gegen Ende des Semesters ein bisschen beeilen, dass ich die anderen Kapitel noch alle durchkriege. Hier nochmal meine detaillierte Auflistung, was ich wirklich in den einzelnen Vorlesungen durchgeführt habe. Und wir sind hier, 25. Januar 2022, Lithographie und Chip-Herstellung. Das werden wir heute machen und nächstes Mal geht es dann ins nächste Kapitel. Nanopartikel, da geht es auch um Feinstaub, also so ein bisschen Umweltprobleme. Und Nanopartikel sind in der Atmosphäre sehr wichtig für die Wolkenbildung, also ein bisschen Klima. Da gibt es so einen Brückenschlag zwischen Nano und Klima und darauf möchte ich eben auch gerne ein wenig eingehen. Heute aber ein ganz wichtiges Kapitel eigentlich, also aus technologischer Sicht, denn all das, was wir hier sehen, also dass man jetzt oder dass wir über das Internet kommunizieren können, das liegt eben an diesen Computerships. Und das ist wirklich Nanotechnologie. Hier hat die Anwendung von Nano die Gesellschaft revolutioniert, nämlich diese zusätzliche Methode der Kommunikation zwischen den Bürgern und natürlich auch zwischen der Regierung und den Medien und den Bürgern, mit den sozialen Medien, also wirklich ein neuer Kommunikationskanal, eine extrem schnelle Kommunikation. Und das ist eine Ongoing-Revolution, die ist noch gar nicht zu Ende. Die läuft die ganze Zeit. Da gibt es zum Beispiel dieses Internet der Dinge oder das autonome Fahren. Und was das alles noch für Veränderungen bedeutet, übrigens auch künstliche Intelligenz in der Zukunft, also welche Veränderungen in der Zukunft da noch auf uns zukommen werden, das ist heute noch gar nicht abzusehen. Es ist sowas wie eine kollektive Intelligenz durch diese starke Vernetzung über das Internet, über die Kommunikationskanäle zwischen den einzelnen Bürgern in einer Gesellschaft. Das ist eine ähnliche Revolution in meinen Augen wie die Erfindung des Buchdrucks. Und das alles basiert auf nanostrukturierten Siliziumchips. Und wie das geht, das will ich in dieser Vorlesung näher erklären. Eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Und zwar möchte ich mich zunächst nochmal für die vielen Unterstützer bedanken, die Geld überwiesen haben, damit ich meine Angestellten für meinen YouTube-Kanal weiter betreiben kann. Ich habe ja zwei Leute, die mir bei der Videoproduktion und beim Hochladen auf YouTube helfen. Und da war ich ein bisschen in Sorge jetzt nach der Pandemie, wie ich das weiter finanzieren soll. Denn das hat vorher mir die Uni da geholfen. Aber jetzt ist die Pandemie zu Ende. Vorlesungen sind wieder live. Aber ich würde eben trotzdem gerne diese Vorlesungen und auch viele andere Beiträge weiter auf YouTube publizieren. Und ich denke, das finden einige Leute ganz gut offensichtlich, denn es funktioniert ein bisschen mit diesem Crowdfunding. Also vielen Dank an alle, die mir geholfen haben. Und wenn Leute spezielle Wünsche haben, können sie mir das gerne schreiben. Ja, vielen Dank also. Ja, und das Zweite, ganz kurz in dieser Werbeunterbrechung ist, wir machen ein Symposium am 13. und 14. Mai 2022 in Konstanz im Festsaal des Steigenberger Hotels. Und zwar geht es um Energie, Klima, Ökonomie und Bevölkerung. Das ist also im weitesten Sinne eine Klimakonferenz. Aber diesmal wirklich nur mit Wissenschaftlern, ohne Ideologie, auf der Basis der westlichen Werte, wollen wir das versuchen unter Erhalt unserer normalen Lebensbedingungen, Demokratie. Und die Wissenschaftler aus den verschiedensten Bereichen, also Politologen, Klimatologen natürlich, Energieexperten und Wirtschaftsexperten, wie zum Beispiel Hans-Werner Sinn, sind angehalten, in möglichst einfachen Leuten den Bürgern die Komplexität des Problems zu erklären. Und ich denke gerade jetzt in der Ukraine-Krise haben wir gesehen, dass es mit dem Klimaschutz dann doch nicht so gut bestellt ist, in dem Augenblick wo eine Krise auftritt und auf einmal geht es dann um Energie, um Energieversorgung, Versorgungssicherheit. Plötzlich tauchen andere Probleme auf und das Klima rutscht nach hinten. Und genau diese Komplexität, die wollen wir da in Konstanz behandeln. Und zwar eigentlich relaxed in einem festlichen Rahmen und in einem sachlichen Rahmen. Das sind die Redner hier in der Mitte, in der wir Hans-Werner Sinn, einer der prominentesten Redner vielleicht. Aber wir haben auch Dirk Leufen von der Universität Konstanz, der über die Stabilität der Demokratie reden wird. Also inwieweit ist die Demokratie überhaupt geeignet, Großkrisen zu bewältigen? Ich denke auf jeden Fall schon, natürlich, aber es wird inzwischen in Frage gestellt. Und dann haben wir eben zwei Klimaforscher hier, Thomas Peter und Ulrike Lohmann, die uns zunächst mal in die Hauptproblematik, also der Anlass des Meetings ist natürlich der Klimaschutz, der jetzt aber in der Ukraine-Krise ein bisschen ins Hintertreffen geraten ist. Ja, so ist es. Und der Eintritt ist frei. Es gibt auch freie Getränke. Also jeder ist willkommen, aber man muss sich über die Homepage anmelden. Und ich denke, es sollte mal einen Ball tun, denn es könnte sein, dass es ziemlich voll wird. Es gibt auch eben einen konkreten Bezug zur Ukraine-Krise. Und jetzt geht es weiter mit meinem normalen Video. Also wir sind hier in diesem Bereich Tools bei Werkzeuge der Nanowissenschaften, Kapitel 5. Und jetzt geht es um vielleicht die wichtigste Technologie, jedenfalls für den Massenmarkt, um die Fotolithografie als Werkzeug. Und da will ich erst mal ganz am Anfang anfangen. Man sollte ja immer am Anfang anfangen. Und zwar ist das hier das Bild einer Platine, wie man sie heute eigentlich auch auf den Mainboards von diesen Computern immer noch findet. Da ist das bloß alles noch ein bisschen kleiner, als wir das hier sehen können. Aber angefangen hat das, als ich selber Schüler war. Das ist schon so lange her. Das ist so kurz nachdem diese Dinosaurier ausgestorben sind. Jedenfalls ist das so mein Gefühl. Da habe ich noch selber gelötet. Also das wird natürlich heute nicht mehr gelötet, weil es viel zu klein ist. Aber das hier, also das hier ist ein Widerstand. Also es ist ein kleines Bauelement, ohmscher Widerstand. Der hat ungefähr, also wenn man die Dinger kauft, kann man immer noch kaufen. Ja, die haben zwei Anschlussdrähte und die sind dann vielleicht insgesamt, ist das also so ein langer Draht mit dem Knubbel in der Mitte, 5 cm lang. Und der Knubbel in der Mitte hat vielleicht 5 mm Länge. Das ist das hier. Und da gibt es einen Farbcode. Und der Farbcode, der sagt dem Experten, den wusste ich mal auswendig, den Farbcode, wie hoch der ohmsche Widerstand ist. Es gibt solche ohmsche Widerstände mit einem Ohm, mit 10 Ohm, mit einem Gigaohm und so weiter. Also es sind auch verschiedene Farben. Und dann kann man die auf so einer Platine auflöten. Das sind Löcher. Die Platine selber ist Pertinax gewesen und das ist ein Isolator, aber ziemlich stabil. Und da kann man das da durchstecken und auf der Rückseite ist es dann verdrahtet. Da sind also die ganzen Drähte. Und so kann man ein Schaltbild aus Kondensatoren, Widerständen, Transistoren und allem Möglichen realisieren. Das sind also Bauelemente auf Platinen. Übrigens, die Bilder hier, die finden sich alle in meinem populärwissenschaftlichen Buch. Ich habe jetzt leider nicht mehr überall die Ursprünge, also den Bildnachweis gefunden, aber der Nachweis findet sich dann in meinem Buch. Kann man also nachgucken, wo das Bild eigentlich herkommt. Ich lese mal den Text hier unten vor. Nahaufnahme dreier elektronischer Bauelemente. Das sind drei Widerstände. Das ist also nicht so hoch kompliziert. Ohmsche Widerstände. Auf der Oberseite einer Platine. Jedes Bauelement hat zwei Anschlussdrähte. Also bei Widerständen und Kondensatoren. Transistoren haben drei Anschlüsse. Also für die Leute, die sogar keinen Plan von Elektronik haben. Hat zwei Anschlussdrähte, die das Element durch Löcher mit den Leiterbahnen auf der Rückseite verbinden. Die weißen Markierungen auf der Platine dienen als Orientierung bei der Montage. Also das hat dann irgendeiner mal eingelönt. Das waren damals, also wir reden jetzt über 1960, 70, 80, sagen wir mal 70 oder 60. Da haben das noch irgendwelche Leute eingelötet. Jedes einzelne Bauelement habe ich auch mal gemacht. Und ja, da brauchen wir eine Markierung. Welches Bauelement soll denn da hin? Das hat sich dann irgendeiner am Anfang mal ausgedacht. Irgendein Schaltplan, der auch ziemlich kompliziert sein kann. Zum Beispiel beim Fernseher. Früher gab es ja noch Röhrenfernseher. Da war die Bildröhre, also ein großer Glasknubbel, wo von hinten mit einer Elektronenkanone auf dem fluoreszierenden Schirm geschossen wurde. Muss im Vakuum sein, deswegen so ein Glasding. Und auch die elektronische Verarbeitung des Sendesignals, so haben Bildsignals, geschah durch Elektronenröhren. Ja, also das sind natürlich viel größere Objekte gewesen, so Glasknubbel. Ja, die konnten also gerade mal die Funktion von einem Transistor erfüllen. Und heute haben wir da Halbleiterbauelemente. Aber wenn man einen moderneren Fernseher hatte, dann aus den 70er, 80er, 90ern, der hatte keine Röhren mehr. Also Röhrenfernseher oder Röhrenradios, so ein Oma-Radio, das musste man ja vorglühen. Da schaltet man ein und passiert erst mal gar nichts. Also ähnlich wie bei den Computern aus den 90er Jahren, wenn man die einschaltete, passierte auch erst mal gar nichts. Die mussten nämlich booten, also hochfahren. Müssen wir heute nicht mehr, also geht jedenfalls viel schneller. Also diese Oma-Radios, diese Röhren, die mussten jedenfalls vorglühen. Das heißt, da drin ist eine Heizwendel gewesen, das sind auch kleine Glaskörper, wo Vakuum drin ist. Und der ganze Verstärkungseffekt einer Triode, das ist so eine Röhre, geschah mit so einem Elektronenstrahl, der über Gitter gesteuert wurde. Also kleine Vakuumgefäße. Jedenfalls die Elektronen wurden über eine Glühwendel erst mal erzeugt. Und die Glühwendel musste erst mal anfangen zu glühen. Das heißt, es dauerte vielleicht 30 Sekunden, bis dann so langsam der Ton kam, wenn man so ein Radio einschaltete. Ja, so war das hier. Und dann später gab es die Transistorradios, so kleine, auch tragbar. Da konnte man plötzlich nach draußen gehen, so an Badestrand und so ein kleines Transistorradio einschalten und dann die Nachbarn mit lauter Musik nerven. Das waren dann genau solche Radios. Die hatten solche Platinen drin, mit einer Batterie natürlich für die Stromversorgung, Lautsprecher und dann eben solche Bauelemente auf die Platine aufgelötet. Ja, so war das. Und die Schaltkreise, die elektronischen Schaltkreise, Widerständenkondensatoren, vor allen Dingen auch Transistoren, die sind auch heute in den modernen Computerships eigentlich nicht so viel anders. Nur, sie sind Nanotechnologie. Ja, hier haben wir jetzt immer noch so eine Platine. Das ist also jetzt noch nicht ein integrierter Schaltkreis auf einem Computership. Das haben wir also kaum noch zu sehen. Das ist also zwar schon mit dem Mikroskop aufgenommen, aber es ist eine Platine, die man noch anschauen kann. Dann würde ich jetzt also mit dem bloßen Auge immer noch diese ganzen Pins erkennen. Und das sind also die Rückseite. Auf der anderen Seite sind die Bauelemente. Und hier sieht man jetzt diese diversen Verbindungen. Das sind also Leiterbahnen aus irgendeinem leitfähigen Material, typischerweise Kupfer. Und die sind auf dieser Platine aufgedampft. Da hat man erstmal eine komplette Kupferschicht aufgedampft auf die ganze Pertinax-Platine. Und dann hat man Fotolack aufgebracht, aber das erkläre ich gleich noch ein bisschen näher. Und dann also dem Fotolack belichtet. Und an belichteten Stellen kann man den Fotolack ablösen und dann ätzen. Und dann geht das Kupfer weg. Und es bleiben nur diese Kupferleiterbahnen übrig. Durch die genau definierte Bohrungen, wo also die Kontakte von der anderen Seite, von diesen Widerständen und so weiter, durch die Platine auf die andere Seite durchpiksen. Sodass da nur die richtigen Löcher miteinander verbunden werden. Und so wird dann eben ein ziemlich komplizierter elektronischer Schaltkreis realisiert. Auf so einer einigermaßen kleinen Pertinax-Platine. Ich lese den Text mal vor hier. Rückseite einer Platine mit fotolithografisch hergestellten Leiterbahnen. Ja, da ist das Wort schon. Fotolithografie. Das ist immer dieselbe Technik gewesen bis heute. Und ich zeige am Ende der Vorlesung, oder jedenfalls am Ende des Fotolithografie-Teils, mal die Maschinen, mit denen heute diese extrem hoch integrierten CPUs, also Central Processor Units, diese Chips, die die Intelligenz, also Intelligenz nicht, aber die Leistungsstärke eines Handys oder eines Laptops definieren, mit denen die hergestellt werden. Es ist immer noch Fotolithografie, aber ein bisschen höher entwickelt als damals. Also hier kann man das alles noch mit bloßem Auge sehen. Und wenn man irgendeinen Fehler hat, dann kann man da sogar noch was Neues reinlöten. Zu Fuß sozusagen, zu Hause. Also, Rückseite einer Platine mit fotolithografisch hergestellten Leiterbahnen. Die Anschlüsse der Bauelemente sind mit den Leiterbahnen verlötet. Helle Punkte, der gezeigte Ausschnitt und so weiter hat mehrere hundert Bauelemente. Auf der anderen Seite dann. Also für Fotolithografie gab es schon in den Anfängen, als noch niemand über integrierte Schaltkreise nachdachte. Und das ist die Technik, die man damals für die Platinen genutzt hat. Da gab es Experten, die konnten das super gut und die hat man dann eingestellt. Die haben also nur Platinen entworfen. Die Leiterbahnen mit den Bohrungen geätzt. Also gab es dann auch Bohrmaschinen und Ätzmaschinen und sowas alles. Und dann eben irgendeiner, der musste dann diese ganzen Bauelemente da reinlöten. Also eine einigermaßen mühsame Arbeit. Gut, also hier haben wir die Prozessschritte der Fotolithografie. Der Fotolack wird durch eine Maske mit einem Muster belichtet. Also eine Maske, das ist einfach ein Negativ. Also ein Schwarz-Weiß-Bild. Das sind die Leiterbahnen, die hat man sich vorher irgendwie überlegt. Man muss also die Verdrahtung auf der Rückseite entsprechend einem Bauplan, den nun wiederum ein Elektronikexperte entworfen hat. Also nehmen wir mal an, wir haben ein Transistorradio, da brauche ich eben eine Antenne. Also die ist natürlich nicht auf der Platine. Da kommt aber ein Anschlussrad und brauche ich erstmal einen Schwingkreis, der angeregt wird durch die elektromagnetische Schwingung der Antenne. Dann einen Schwingkreis, einen Kondensator und eine Spule. Und das ist dann auf der Platine so. Und die wird dann versorgt mit Strom, Verstärker. Und dann brauchen wir einen Dekodierer für das AM- oder FM-Signal und so weiter. Und das alles realisiert. So, und das muss eben in so ein Schwarz-Weiß-Muster übertragen werden von den Leiterbahnen auf der Rückseite. Und das ist einfach ein Schwarz-Weiß-Bild. Also so ein Foto, also ein richtiges Foto. Nicht ein digitales, das gab es damals noch nicht. Sondern einfach eine durchsichtige Folie, auf der die Leiterbahnen schwarz markiert waren. Und dann hat man seine Platine, die erstmal komplett mit Kupfer auf der Rückseite bedampft war, hat man mit Fotolack bestrichen. Alles natürlich im Dunkel, damit der nicht belichtet wird. Und durch diese Maske belichtet. Und dann sind eben die Teile, und das ist das hier, also hier haben wir eine Kupferschicht und hier den Fotolack. Und dann belichtet man das durch die Maske. Und die Maske ist eigentlich das, was die Information über den Schaltkreis beinhaltet. Plus die Bohrungen dann und natürlich die Bauelemente, die von der Rückseite durchgesteckt werden. Aber die Maske ist eigentlich der Träger der Intelligenz des Elektronikers, der, Ach, Intelligenz auch übertrieben, also des Konzepts des Elektronikers, der die entsprechende Schaltung dann realisieren wollte. Ja, okay. Da haben wir die Platine. Also belichten. Und dann entfernen des belichteten Fotolacks. Also der Fotolack, wenn man den belichtet, hat ja chemisch andere Eigenschaften. Und dann kann ich da einfach irgendein Lösungsmittel drüber spüren. Und dann bleiben die unbelichteten Teile übrig. Und die belichteten, ist vielleicht ein bisschen schlecht zu sehen hier, aber die belichteten, da ist der Fotolack weg. Ja, und dann kann ich ätzen. Kupfer kann man weg ätzen. Also das Kupfer, was als Schicht aufgedampft ist auf die Platine, kann ich weg ätzen. Und da, wo der Fotolack drauf ist, da wird es nicht weggeätzt. Ja, und das sind dann die Leiterbahnen. Jetzt muss ich bloß noch diesen nervigen Fotolack wegnehmen. Und dann habe ich die Leiterbahnen realisiert. Man hat also hinten ein Muster von ganz vielen Kupferbahnen damit realisiert, die die einzelnen Bohrungen, man muss natürlich noch die Bohrungen machen und die Bauelemente von der Rückseite durchstecken, die dann insgesamt den Schaltkreis realisieren. Das Kupfer bleibt nur dort erhalten, wo es durch unbelichteten Lack geschützt wird. Im letzten Schritt wird auch der unbelichtete Lack entfernen und zurückbleiben die Leiterbahnen. So war das früher. Aber ich hätte das jetzt nicht so erklärt, wenn es nicht heute eigentlich immer noch genauso wäre. Bloß viel, viel teurer. Also diese Maschine, die das kann. Vollautomatisch und Nano. Aber das ist ja noch nicht mal Mikro. Das ist Millimeter-Technologie, was hier damals realisiert wurde. Ja und heute sieht das so aus. Also eine Million Transistoren auf einem Chip hier. Das ist ein Intel 80486 Prozessor und der stammt hoch. Wo ist denn, ich glaube, das hatte ich damals auf Wikipedia gefunden, aber die Bildquelle ist, wie gesagt, in dem Buch hier enthalten. Das ist also so ein prähistorischer Chip aus den Anfängen der integrierten Schaltkreise. Eines 80486 Prozessors aus dem Jahr 1989. Ja, eine Million Transistoren. Da gab es übrigens Leute, als diese Technologie entwickelt wurde, das habe ich jetzt noch nicht beschrieben, wie das Ding hergestellt wird. Also das ist natürlich eine mikroskopische Aufnahme. Der Chip selber ist, wie groß? 15 Millimeter breit. Also die Breite ist 15 Millimeter und die Höhe ist dann vielleicht 10 Millimeter. Das ist also so ein kleines Ding. Und da sind eine Million Transistoren drauf. Das ist immer noch keine Nanotechnologie. Das ist jetzt Mikrotechnologie. Das ist also ein Schritterfolg von Millimeter-Technologie zu Mikrometer-Technologie. Faktor 1000. Ja, kommt dann ein. Und das geht quadratisch mit der Fläche. Deswegen, ich mache die Größenskala um Faktor 1000 kleiner und kriege dann 10 hoch 6 mehr, also 1000 mal 1000, mehr Transistoren auf den Quadratmillimeter untergebracht, weil die Fläche eben quadratisch mit dieser Längenskala, also der Auflösung oder der Genauigkeit, mit der ich fertigen kann, skaliert. Also hier sieht man natürlich längst nicht mehr die einzelnen Transistoren, sondern nur die verschiedenen, ja, sagen wir mal, unterschiedlich eingefärbten Bereiche. Durch diese feinstrukturierende Oberfläche entstehen unterschiedliche Grautöne, je nachdem, welche Schertkreise da auf, ja, integriert wurden. Ja, beherbergt rund eine Million Transistoren. Es gab es dann Experten damals in den 70er, 80er Jahren, die haben dann gefragt, ja, was um Gottes Willen kann man denn mit einer Million Transistoren machen? Ja, weil so ein Transistorradio, das lief eben mit 20 Transistoren und die Röhrenradios von der Oma, die liefen sogar nur mit 5 Röhren, also 5 transistorähnlichen Bauelementen nur als Vakuumröhre realisiert. Ja, was braucht man denn mit Millionentransistoren? Und ich werde nachher zeigen, dass wir heute 50 Milliarden Transistoren haben, auf so einem Chip oder sogar 1000 Milliarden, wenn ich mich jetzt nicht vertan, aber im Englisch ist das immer so eine Sache, Billion und Trillion, also Trillions. Ich glaube, das sind 1000 Milliarden, Billionen, also Millionen, Billionen sind Milliarden und Trillionen sind 1000 Milliarden. Das sind schon wirklich viele Transistoren. Was kann man denn damit machen? Ja, damit kann man zum Beispiel speichern, Informationen speichern, eine ganz wichtige Sache, dass man also, oder eben auch die Übertragungsrate, dass es möglich ist, über das Internet einen Film zu gucken, oder dass man überhaupt das Internet hat. Da braucht man eben so viele Transistoren, sonst geht das nicht. Optische Signalverarbeitung. Also so einen Film angucken, aber das beschreibe ich noch, heißt ja mit 20, 30 oder noch mehr Bildern pro Sekunde und jedes Bild hat 1000 mal 2000 Pixel und wird alle Zehntel oder Hundertstel Sekunde neu aufgebaut. Das sind jetzt wirklich eine Menge Bits, die da fließen und dafür brauche ich eben zum Beispiel so viele Transistoren. Aber damals konnte man sich diese Anwendung gar nicht vorstellen. Und deswegen haben die Leute gesagt, was soll das denn, ich brauche doch nicht eine Million Transistoren auf so einem komischen Chip. Ja, und das ist eigentlich das Prinzip, ich glaube es hat was mit Kapitalismus zu tun, aber eben auch mit der technologischen Entwicklung. Als die Leute damals das Rad erfunden haben, da hat sich vielleicht auch irgendjemand gesagt, wozu brauche ich denn Rad, ich kann noch zu Fuß gehen. Ja, und so haben sich damals die Leute gefragt, was brauche ich denn eine Million Transistoren auf so einem Silizium winzigen Zeichen, da ich kann ja auch mit der Hand schreiben oder ich gucke eben Filme mit so einem Cellulitstreifen. Ja, na gut, also natürlich kann man das machen. Man kann zu Fuß gehen oder Filme auf dem Cellulitstreifen gucken, aber man kommt irgendwie nicht so weit. Also das ist technischer Fortschritt. Und der nächste Punkt ist, dass die Industrie eine neue Technologie hat und dann natürlich einen Markt dafür braucht. Das heißt, der Markt wird erzeugt. Ein Bedürfnis, was die Bürger noch gar nicht hatten, wird erzeugt. Jeder Bürger hat heute zu Hause ein Handy, was auch fotografieren kann. Und als die Aufgabe, dass man auch fotografieren konnte mit seinem Telefon, aber man kann sich erst mal fragen, wozu brauche ich denn ständig ein Telefon? Ist doch genug, wenn ein Telefon zu Hause steht. Dann klingelt das immer nervvollkommen, wenn ich unterwegs bin, will ich ja nicht ständig angerufen werden. Heute nicht mehr vorstellbar. Also man erzeugt ein Bedürfnis, ich will ständig erreichbar sein, also habe ich ein Handy. Und als nächstes will ich auch noch mit dem Handy fotografieren. Da hatte ich früher eine Kamera, heute macht man das mit dem Handy. Ja, also man erzeugt neue Bedürfnisse. Jetzt kann man sagen Kapitalismus und Konsum und so. Aber es ist ja auch schön, so ein Handy zu haben, was auch fotografieren kann oder sonst irgendwas. Und vielleicht gibt es dann irgendwann doch eine direkte Gedankenverbindung zum Handy. Kann man sich auch fragen, was soll das denn jetzt? Aber vielleicht kommt das noch. Und das gibt dann wieder einen neuen Impuls in unsere Gesellschaft. Naja, ebenfalls, damals konnte man sich nicht vorstellen, was man mit einer Million Transistoren auf so einem Chip machen konnte. Aber damals haben wir uns dann eben auch den ersten Heimcomputer, ich weiß gar nicht von welcher Firma der war, der war besorgt. Und da habe ich meine Diplomarbeit schon revolutionär auf so einem Rechner getippt und hatte den großen Vorteil gegenüber einer Schreibmaschine. Kann man sich gar nicht sagen, Schreibmaschine, mechanisch. Man tippt auf so Tasten. Und wenn man vertippt sich, da musste man nochmal von vorne anfangen, weil es keine Fehlerkorrektur gibt. Heute ist es so, auf so einem Bildschirm kann man den Text eintippen, immer noch über eine Tastatur. Und das Autokorrekturprogramm beseitigt von selber die Fehler. Also das kann man dann eben mit dieser eine Million oder sogar einer Milliarde Transistoren machen. Ja, damals also wie gesagt war unklar, was soll ich denn mit so vielen Transistoren. Ja, das ist jetzt eine elektronenmikroskopische Aufnahme, die dieser Platinenaufnahme mit einem normalen Mikroskop von Millimetergroßen Strukturen sehr ähnlich schaut. Das sind nämlich die Verbindungen hier auf genau diesem Chip, den ich gerade gezeigt habe. Oder, nee, das ist vielleicht, nee, das ist eine andere. Also das LM, nee, das ist schon aus dem Jahr 2010. Also es ist noch kleiner als dieser Intel-Prozessor hier. Aber im Prinzip das Gleiche. Was ich hier mit den beiden Bildern zeigen wollte, von der Platinerückseite, ich gehe nochmal zurück, das ist einfach zu schön. Also so sieht die Rückseite einer Platine aus und die kann ich mit dem bloßen Auge angucken. Und so sieht die Oberfläche eines Siliziumchips aus, aus dem Jahr 2010, aufgenommen mit dem Elektronenmikroskop. Wenn ich da mit dem optischen Mikroskop drauf gucken würde, würde ich allenfalls hier so verschiedene Grauzonen sehen, keinesfalls aber diese winzigen kleinen Strukturen. Aber wir sehen die Ähnlichkeit mit der Platine. Wir sind also vom Konzept her nicht viel weiter gekommen, außer, dass wir die Fertigungsgenauigkeit unserer Platinen, heute sind es die Siliziumchips, ganz erheblich vergrößert haben. Elektronenmikroskopische Aufnahme der Leiterbahn auf einem Mikroschip der 45 Nanometer Technologie. Das würde man heute als vollkommen grob. Also 45 Nanometer Technologie. Das ist, wenn man da mit Hammer und Meißel da in so Steine was reingemeißelt hat. Ja, vollkommen obergrob. Ich zeige dir, wo wir heute sind. Das war aus dem Jahr 2010. Die Leiterbahnen sind etwa 100 Nanometer breit. Der Name 45 Nanometer bezieht sich auf die Größe der aktiven Zone in den Transistoren. Die geben immer viel kleinere Werte an, als man dann tatsächlich hier auf elektronenmikroskopischen Aufnahmen sieht. Denn das ist das Gate, die Gate-Struktur in den MOSFETs. Das zeige ich gleich, was ein MOSFET ist. Das ist der Transistor. Also wie gesagt, im Gegensatz zum Widerstand, drei Anschlüsse. Ein aktives elektronisches Bauelement. Und die relevante Zone, die Gate-Struktur, die hat diese Größe, die da mit 45 Nanometern in diesem Fall angegeben wird. Gut, wie geht es weiter? Die abgebildete Fläche ist 5 Millionen mal kleiner, als die Fläche der vorher gezeigten Platine. 5 Millionen, also 1000 mal 1000. Ich hatte gesagt, Faktor 1000 kleiner, geht quadratisch mit der Fläche. Deswegen 10 hoch 6. Also bis auf den Faktor 5 stimmt das. Der vorher gezeichnet. Ein Prozessor-Chip, der 45 Nanometer-Technologie, enthält rund eine Milliarde Transistoren. Also wenn man sich schon fragte, wozu bräuchte eine Million Transistoren, kann man sich ja noch dreimal fragen, was soll ich denn jetzt mit einer Milliarde Transistoren? Für Geld gilt das übrigens. Eine Million Euro, da würde man sich jetzt ein Haus kaufen oder schöne Ferien irgendwo sonst wo machen, jahrelang. Aber was mache ich denn mit einer Milliarde Euro? Also da würde ich ja langsam genervt werden, weil man muss das ganze Geld verwalten. Da könnte ich mir ein ganzes Dorf kaufen. Was soll ich denn mit einem Dorf? Ja, aber vielleicht gewöhnt man sich da auch dran, dass man eine Milliarde Euro hat und ein ganzes Dorf besitzt. Wenn man das erstmal hat, dann findet man es vielleicht doch gut, auch wenn man sich erstmal fragt, was soll ich denn damit? Und kein Zweifel, eine Milliarde oder gar, was ist das denn auf Deutsch, eine Billion Transistoren? Ja, da entwickelt sich wirklich was Neues. Vielleicht sowas wie Intelligenz dieser Elektronik. Also kommen wir in neue Regionen. Jedes Mal werden wir so einen Faktor 1000 gewinnen. Ja, wie werden denn diese B-Sates hergestellt? Das geht jetzt immer noch mit Fotolack? Ja, es geht immer noch mit Fotolack. Da sind wir noch nicht drüber hinaus. Also hier, Prozessschritte der Fotolitographie und das ist bis heute immer noch so. Was sich unterscheidet, ist die Ortsauflösung, die Genauigkeit, mit der das gemacht wird. Prozessschritt zum Bau einer Diode in einem Block aus rein Silizium, weiß mittels Fotolitographie. Rein Silizium, intrinsisches Silizium, ist eben ein perfekter Halbleiter. Das heißt, bei Raumtemperatur fließt kein Strom. Gut, also, wenn man den nicht gerade heiß macht. Zunächst werden in benachbarten Bereichen Bohr- und Phosphatatome implantiert. Das heißt, man hat hier irgendwie so ein Bohr, das ist ein chemisches Element und Phosphor eben auch. Da kann man also das reinschießen und das muss man nur da reinschießen, in diese Oberfläche, wo man die Diode bauen will, nicht überall. Das heißt, wir brauchen wieder unseren Fotolack, den wir mit einer Maske belichtet haben. Jetzt genauso wie bei der Platine, nur, wir reden jetzt über Breiten von 50 Nanometern. Das heißt, wir haben hier ein Loch und wir schießen von oben so ein Bohrstrahl rein, muss es implantieren, heißt, ich beschleunige die Bohratome und dann werden die reingeschossen. Die habe ich dann also hier in meinem Rheins-Silizium-Bohr drin. So, wenn ich so ein Rheins-Silizium mit Bohr dotiere, so nennt man das, dann wird das P leiten. Das heißt, es ist eine Löcherleitung und wenn ich das mit Phosphor dotiere, Phosphor ist 5-wertig, Bohr ist 3-wertig, Silizium ist 4-wertig, also wenn es von 4 abweicht und 1 mehr hat, dann ist es Elektronenleitung, das ist bei Phosphor der Fall, dann ist es N dotiert und bei Bohr ist es P dotiert, bei Bohr hat sozusagen ein Elektron weniger, dann habe ich dann ein Loch in diesem Ding und dann wird es löcherleitend. Ja, das ist dann eine Diode, muss man sich jetzt mit Elektronik beschäftigen, warum zwei Bereiche, P und N dotiert, Silizium, wenn ich die zusammenpacke, warum es dann eine Diode gibt, also ein Bauelement, was den Strom nur in einer Richtung leitet. Gut, also, das kann ich eben mit dem Fotolack machen, ich muss den eben nur so gut belichten, dass ich da so kleine Strukturen realisieren kann und das hat erstmal was mit der Präzision zu tun, mit der ich die Maske, die können ja durchaus viel größer sein, mit der ich das Bild der Maske auf den Fotolack abbilde und da sind wir schon bei einer abbildenden Optik, das ist ein Mikroskop, also es geht, ich gucke mir die Maske nicht an, sondern ich will das wie ein Dia projizieren, auf, Dia kennt wieder keiner, ja, also wir haben ja heute Beamer und diese elektronischen Programme, mit denen wir ein Beamer-Bild an so eine Projektorleinwand projizieren können und früher hatte man Dia, das waren so Fotos, da konnte man durchgucken, also Zellulid-Streifen, der wurde von hinten belichtet und das wurde auf eine Leinwand geworfen. So, mit dieser Maske hier ist das genauso, wir haben also eine Maske, die hat wieder diese Strukturen der Leiterbahnverbindung und in diesem Fall eben auch die, das muss ich mehrfach machen, ich muss also erstmal die Löcher machen, wo P-Bereiche dotiert werden sollen, das heißt, ich habe nicht bloß eine Maske, sondern mehrere Masken, ich habe erstmal die Maske für die P-dotierten Bereiche, das heißt, das ist eine Maske, da ist ungefähr alles durchsichtig, bis auf so ein paar schwarze Punkte, wo eben der Fotolack nicht belichtet werden soll, ich weiß nicht mehr, wie rum das war mit dem Fotolack, jedenfalls sind da einige Punkte und dann belichtige ich durch diese Maske meinen Fotolack und da wird eben nur da, wo er belichtet wird, so war es, also die Maske ist durchsichtig und nur schwarze Punkte und in bestimmten Bereichen bleibt er unbelichtet. Dann etze ich den weg und dann kann ich da Bohr implantieren und der Fotolack hier, der fängt die Bohratome von oben auf, lässt sie nicht durch zum Silizium, das heißt, dieses Silizium wird dann eben nicht dotiert. So kann ich erreichen, dass nur bestimmte kleine Punkte auf dieser Siliziumoberfläche mit Bohr implantiert werden. Es erfordert allerdings, dass das Bild der Bohr-Dotierungsmaske und dann kommt als nächstes eine Phosphor-Dotierungsmaske, dass das Bild sehr klein und hoch mit hoher Auflösung im Nano, also ich muss dann Auflösung realisieren, das wird optisch gemacht, ja, wie komme ich denn unter 400 Nanometer, also das kann man ja, da gibt es ja Beugungslimit, habe ich alles schon erklärt, da brauche ich eben sehr gute Objektive für die Abbildung meiner Maske auf den Siliziumchip. Und dann brauche ich einen Fotolack, der hat das auch noch so genau realisiert, wenn ich das wegätze, weil das Ätzen des Fotolacks ist auch nicht so einfach und dann muss ich die beiden Maskenprozesse, hier Bohrmaske, Phosphormaske, auch noch präzise übereinandersetzen, nicht, dass die beiden Masken verrutschen und dann ist mein N-Loch gar nicht neben dem P-Loch, sondern sonst wo. Ich muss also sowohl den Wafer als auch die Masken extrem präzise mit einer Genauigkeit von, ja, Nanometerbereich positionieren. Also all diese technischen Randbedingungen müssen erfüllt sein. Im nächsten Schritt wird eine Oxidschicht aufgedampft, also wir nehmen dann jedes Mal den Fotolack, nachdem wir also dotiert haben mit den beiden Elementen, nehmen wir den Fotolack weg und dann gibt es eine Oxidschicht. Also das kann man ja durch Sauerstoff anbieten machen, dann ist erstmal die Oberfläche dieses Siliziumchips isoliert. Und zwar deswegen, weil von oben die Leiterbahnen aufgedampft werden, dürfen natürlich nicht das Silizium einfach überall berühren, sondern nur an bestimmten Stellen. Also wir haben hier eine Oxidschicht und wieder den Fotolack, den wir da drauf bringen und wieder belichten. Diesmal das Äquivalent der Bohrlöcher in der Platine. Nehme ich hier, wo ich den Fotolack belichte, nehme ich ihn weg und dann kann ich da Metall aufdampfen. Und das Metall berührt also nur an diesen Löchern dann den Siliziumstipp. Das sind meine Kontakte für die Diode. Also das Äquivalent, also im Widerstand habe ich das jetzt nicht gezeigt, das geht irgendwie auch mit Widerständen. Also für eine Diode kann man zeigen, wie diese dotierten Bereiche erzeugt werden. Und das ist das Äquivalent eines kleinen Bauelements hier mit zwei Anschlussträhten, wie ich es am Anfang gezeigt habe. Nur, dass das jetzt eben alles mit solchen Maskenprozessen, also belichteter Fotolack, wieder wegätzen oder was rein dampfen, dotieren, realisiert wird. Da haben wir eine PN-Diode, die sitzt also in diesem monolithischen Block, muss ein Einkristallblock aus Silizium sein, Einkristall, weil wir sonst so viele Fehlstellen haben. Funktioniert diese Diode nicht richtig? Also Silizium, Einkristall und da haben wir hier so eine winzig kleine Diode realisiert. Und wie klein diese Diode, Transistor ist dann so ähnlich, hat aber drei Anschlüsse, wie klein dieser Diode oder der Transistor ist, das hängt eigentlich nur noch von der optischen Auflösung ab. Und natürlich diesen Ätz-Prozessschritten, ob die wirklich so genau gehen. Wenn ich irgendwas ätze, kann man sich ja vorstellen, also wenn ich was ätze, dann frisst sich das, die Säure oder was das da ist, frisst sich vielleicht zur Seite noch rein oder so. Also der Ätz-Prozess muss eben auch dann sehr, sehr präzise sein. Das ist ein Riesenaufwand, das zu entwickeln, dass ich also nicht beim, also wenn ich irgendein Metallstück in der Säure halte, dann löst sich das ganze Metallstück auf, ja vollkommen ungeordnet. Ich muss also so genau ätzen, dass ich wirklich nur in den Bereichen, wo der Fotolack weg ist, Ätze bzw. Eindampfe. Ja, die fertige Diode steht aus einem P- und einem N-dotierten Bereich im Silizium, die von oben durch Löcher in der Isolierschicht Oxyd kontaktiert werden. Aufbau und Funktionen sind gleich wie bei einer konventionellen Diode. Das ist da oben so eine Diode, also 5 mm langer Anschluss, also 5 cm lang, in der Mitte ein Knubbel und der Knubbel ist jetzt eben kein Widerstand, sondern eine Diode. Eine klassische Diode besteht eben tatsächlich aus zwei Siliziumkrümeln, die zusammengefügt wurden und der eine Siliziumkrümel ist P und der andere N-dotiert. Gut, und so kann man das jetzt sehr klein machen, nur noch begrenzt, also natürlich durch die chemischen Prozessschritte des Weckätzens des Fotolacks und die Implantation muss natürlich auch dann nur durch die Löcher im Fotolack geschehen und damit auch einfach im Wesentlichen begrenzt durch die Auflösung, das optische Auflösungsvermögen, mit dem ich die Maske auf den Fotolack projiziere, also eigentlich so ein Diaprozess ist das, also oder wie ein Tageslichtprojektor. Ich bilde etwas auf eine Oberfläche auf. Nur im Gegensatz zum Tageslichtprojektor, zum Beamer, mache ich nicht das Bild viel größer, damit es die Leute sehen können, sondern viel kleiner und da ist ein Objektiv das Entscheidende. Ja, das ist das Objektiv und dieser Brummer hier, sieht man jetzt ungefähr so groß wie mein Oberkörper, das ist ein 1 zu 1 Bild, das ist also wirklich so ein großer Brummer von Objektiv und da kann man sich fragen, wenn ich so kleine Chips ein paar Millimeter im Durchmesser belichten will, wieso brauche ich denn da so ein riesiges Objektiv, was noch dazu aus einer Unzahl von Linsen besteht. Ja, das liegt an dieser numerischen Appertur, die ich letztes Mal oder vorletztes Mal erklärt habe. Je größer die Linsen sind, umso kleiner ist der Abbildungsfehler und umso kleiner sind die Beugungseffekte. Und diese vielen Linsen brauche ich, um die chromatische Appertur, obwohl die gibt es nicht, das wird ja mit Lasern gemacht, aber jedenfalls, um so diese ganzen Linsenfehler auszugleichen. Also wirklich die Abbildung Maske auf Fotolack, um die zu optimieren in diesen Sub-100-Nanometer-Bereich. Und das ist die große Schwierigkeit. Deswegen hier ein riesengroßes Objektiv mit superpräzise fabrizierten Linsen aus sehr vielen, die sind auch aus verschiedenen Materialien, um eben diesen diversen Abbildungsfehler da zu korrigieren. Und die wiegen dann so viel, dass man die nur mit einem Kran bewegen kann. Es ist also ein großes Metallobjekt, wie ein Kameraobjektiv, aber riesig im Durchmesser und super schwer. Und die werden zum Beispiel bei Zeiss in Oberkochem hergestellt für diese Halbleiterindustrie. Und das ist mit das entscheidende Element, dass man überhaupt diese Computerschips herstellen kann. Belichtung eines Sinitium-Webers mit dem Bild einer Maske. Die Masse befindet sich oberhalb des Objektivs und ist hier nicht eingezeichnet. Und das weiß ist der skizzierte Strahlengang. Das Objektiv mit den vielen Linsen, 17 sind eingezeichnet, ist als Schnittbild skizziert. Maske und Objektiv sind ortsfest, während die rund 30 cm durchmessende Silizium-Scheibe nach jeder Belichtung um eine Prozessorbreite verschoben wird. Auf so einem Silizium-Chip, der ist ungefähr so groß, das ist also eine dünne Scheibe aus Silizium. Darauf ist ja Fotolack und der wird belichtet, aber immer nur ein Bild für einen Prozessor. Und ein Prozessor ist ja ein Zentimeter im Durchmesser. Da passen also viele Prozessoren, viereckige Zonen, auf diese große Silizium-Scheibe. Das heißt, nach jeder Belichtung wird die Scheibe um einen Schritt weiter geschoben. Dann wird der benachbarte Prozessor also belichtet. Wie gesagt, es sind mehrere Belichtungsschritte für die Dotierung und die Kontaktierung, die Oxidierung und dann auch in der Reihe, dann die nächste Reihe und dann wieder zurückgerastert. Es werden also viele Prozessoren, vielleicht 100 oder so was, auf einer großen Silizium-Scheibe, einem Wafer, erzeugt. Und deswegen heißt das BIECE auch, diese Maschine, die das macht, ist vollautomatisch. Das kann der Mensch sowieso nicht mehr von Hand irgendwie machen. Das ist viel zu klein. Also die Präzision ist viel zu hoch, die gefordert ist. Der heißt Wafer-Stepper, soweit ich das verstanden habe. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Aber Stepper heißt ja irgendwie Schritte machen und der macht eben ganz viele Prozessoren nebeneinander unter diesem Objektiv. Das heißt, hier unten ist es ja angedeutet, hier unten ist also, die sind immer rund, diese Wafer, weil das hat was mit der Herstellung dieses Rheins-Siditiumseinkristallin zu tun. Und dann rastert der einen Chip nach dem anderen durch. Und so sieht eine ganze Scheibe aus. Hier sieht man die Hände desjenigen, der das da im Rheinstraum festhält. Und da darf natürlich kein Staubkorn nirgendwo sein, weil ein Staubkorn mit einem 10 Mikrometer Durchmesser wäre ja eine Katastrophe. Da sind jede Menge Transistoren dann im Eimer, wenn da ein Staubturm drauf liegt. Und hier sieht man diese vielen Prozessoren, die da drauf integriert wurden auf diesen Wafer. Wenn man mal so ein bisschen Eindruck hat von dieser Maschine. Also 30 Zentimeter Wafer mit rund 200 Prozessoren. Ja, und da müssen natürlich die noch kontaktiert werden. also die kleinen Siliziumdinger werden rausgeschnitten, der wird also zersägt, hat man also 200 identische Prozessoren und dann kommen die in ein Gehäuse rein, so ein Gehäuse mit so ganz, ganz vielen Anschlüssen und natürlich muss der Chip selber, der liegt in dem Gehäuse, der hat am Rand eben auf dem Chip solche Kontaktflächen und da müssen ja noch die Drähte angebracht werden. Und die Kontaktflächen, also wie bei dieser Platine, die ich am Anfang gezeigt habe, die werden jetzt nicht angelötet. Da kann man also nicht mit einem Lötkolben kommen und so ein Draht anlöten, der hat ja viele, vielleicht 100 Anschlüsse oder noch mehr, sondern es wird mit einer Maschine angepunkt schweißt auf die Oberfläche des Chips, damit er von außen überhaupt ansprechbar ist, also elektrisch ansprechbar. So funktioniert das. Er muss also dann noch zerschnitten werden, in Gehäuse gepackt werden und mit den vielen Beinchen von außen auf der Siliziumoberfläche kontaktiert werden. Und dann haben wir einen fertigen Computership. Aber der Riesenaufwand, wenn man diese Maschine, man kann einen Waferstepper kaufen, aber man braucht man, ja, was braucht man denn, vielleicht, ich weiß gar nicht, was kosten ein Waferstepper, also die Maschine, die sowas herstellen kann, 10 Millionen oder vielleicht 30 Millionen Euro, so ein standardmäßiger, jetzt nicht so Sub-10-Nanometer-Technologie, 45-Nanometer-Technologie, kann man jetzt vielleicht schon gebraucht kaufen, einen Waferstepper, damit kann man es herstellen, aber wir brauchen ja auch noch jemanden, der die Schaltkreise entwirft. Wer entwirft Schaltkreise mit 10 Milliarden Transistoren? Also da braucht man jetzt jemanden, also diese Masken. Wir brauchen ja mehrere Masken für die verschiedenen Prozessschritte. Irgendjemand muss diese Masken entwerfen. Chip-Designer. Ein Freund von mir ist, soweit ich das verstanden habe, Chip-Designer, der kann also die Masken entwerfen. Und da steckt ja dann eigentlich das ganze Know-how, der ganze elektronische, das Wissen über die Elektronik drin, wie ich überhaupt irgendeinen Chip mit einer bestimmten Funktion realisieren kann. Und das sind nicht bloß Computerchips, sondern in so Autos, diese modernen Elektroautos zum Beispiel oder auch in Handys, sind jede Menge unterschiedlich Chips für verschiedenste Zwecke drin. Und die haben alle natürlich unterschiedliche Schaltkreise mit jeweils Millionen oder gar Milliarden Transistoren. Und da sitzen ein Haufen Leute überall, die diese Masken entwerfen. Also die elektronischen Schaltkreise, die irgendjemand sich ausgedacht hat, mit diesen vielen Transistoren dann umsetzen in Maskenbilder. Ja, steckt also eine ganze Industrie dahinter. Aber es ist ein Massenmarkt natürlich. Das heißt, man kann für einen einzelnen Entwurf eines Prozessors, kann man einen riesen Aufwand treiben, weil man, wenn man es einmal hat, dann kann man fast vollautomatisch Millionen dieser Chips herstellen. Gut, so geht das also. Ja, und dann geht es darum, um das immer besser zu machen. Wie komme ich denn, wenn ich das optisch mache? Maske mit so einem riesigen Objektiv und durch diese Materialien, diese vielen, diese komme ich ja nur mit optischem Licht durch. Also Röntgenlicht geht da nicht durch. Das ist ja die meisten, also ab ungefähr einer Photonenergie von 8 oder 9 E-Volt, also das ist dann etwas ferneres UV-Licht, komme ich durch, gibt es kein Material mehr, woraus ich eine Linse fertigen kann. Das heißt, es ist alles mehr oder weniger im UV- oder im sichtbaren Bereich und da habe ich eben diese Beugungsbegrenzung und wie gelingt es mir denn dann, auf 40 Nanometer, 45 Nanometer hatten wir, auf 45 Nanometer oder gar 10 Nanometer zu kommen. Hier also mal ein paar Tricks, wie man das Beugungslimit überwinden kann. Es gibt noch mehr Tricks, aber mal drei Stück habe ich hier zusammengesucht. Also zunächst mal kurzwelligeres Laserlicht. Laser, die gehen bis, ja so kommerziell, es gibt sogar noch welche mit noch kürzeren Wellen, 193 Nanometer, das ist glaube ich ein Exzimmer-Laser, der da verwendet wird, der ist gepulst und der kann eben dieses nahe UV-Licht erzeugen. Das ist schon mal die Hälfte gegenüber dem blauen Ende des sichtbaren Bereichs, das liegt ja bei 400 Nanometern. Durch die Verwendung von nur einer Wellenlänge wird die chromatische Apparation eine bestimmte Art von Ninsenfehlern vermieden, ja also Laserlicht. Gut, 193 Nanometer, man könnte noch ein bisschen kürzer in der Wellenlänge gehen, aber es wird dann immer schwieriger, die verschiedenen Materialien zu finden, die für diese kurzen Wellenlängen, also UV-Licht, noch durchsichtig sind, dann wird es immer schwieriger, diese hochkomplexen Objektive zu bauen und man kommt da also nicht signifikant weiter als die 193 Nanometer für diese Objektive. Also begrenzt durch die Materialien, die transparent sind für dieses UV-Licht. Und dann Verringerung der Beugungseffekte, das hatte ich schon mal beschrieben, mein Mikroskop ist der gleiche Ansatz mit der numerischen Apparatur. Der minimale Durchmesser der Beugungsscheibe, also ich habe einen Punkt auf meiner Maske und der wird abgebildet auf einem Punkt auf dem Fotolack, aber der Punkt ist kein Punkt mehr nach der Abbildung, sondern ein Beugungsscheibchen mit einem bestimmten Durchmesser. Aber auch von der Brennweite und dem Durchmesser der Linse, je größer die Linse und je kürzer der Abstand zwischen Linse und Bild, Brennweite ist, umso stärker konvergiert der Lichtstrahl im Fokus und umso kleiner ist der Durchmesser des Strahls im Fokus. Und das erkläre ich gleich. Je kleiner die Brennweite ist, also am besten so wupp, ganz klein, umso kleiner ist diese Einschnürung des Lichtstrahls im Fokus. Daher haben die Linsen im Waferstepper einen großen Durchmesser und das Objektiv sitzt dicht über dem Wafer. Mit dieser Maßnahme halbiert sich die erreichbare Strukturgröße auf etwa die Hälfte der Wellenlänge, also 100 Nanometer. Oh, da sind wir schon dicht dran. Also mit diesen 193 Nanometern, dieses Laserlicht im UV, dann die Hälfte, wiederum, weil ich so ein ganz bestimmtes Objektiv mit der numerischen Apparatur, also mit einer Riesenlinse, und dann kann ich eben einen ganz schrägen Winkel, ein ganz stark konvergierendes Lichtbündel erzeugen. Dann kommen wir auf 100 Nanometer und das ist nicht mehr so weit bis 45 Nanometer. Also wie man dann unter 10 Nanometer kommt, das ist heute realisiert, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also da kommen noch ein paar mehr Tricks dazu, aber immerhin, so kommen wir jetzt gleich mit auf 100 Nanometer und jetzt geht es weiter bis auf 45 Nanometer. Durch die Verwendung, also das ist auch die numerische Apparatur, das steht hier in dem Text so explizit nicht drin, habe ich letztes Mal aber erklärt. Verwendung eines nicht-linearen Fotolacks, da habe ich auch wieder eine Slide zu, zeige ich gleich. Die Beugung bewirkt, dass Ränder verschwommen und unscharf werden. Mit einem nicht-linearen Fotolack lässt sich aus einem unscharfen Rand eine scharfe Kante erzeugen, also sozusagen ein Kontrast hochfahren. Gibt es ja auch auf diesen Fotoverarbeitungsprogrammen, also mit ganz einfachen Programmen, mit denen ich Bilder also heller, dunkler machen kann, da kann ich auch schärfer machen. Dann wird der Kontrast hochgefahren an den Kanten, dann sieht es schärfer aus, aber es ist nicht wirklich mehr Information in dem Bild, aber für den Fotolack, da kriege ich also einen verschwommenen Punktenfleck, kriege ich zu einem scharfen Fleck. Der hat dann nicht die richtige Größe, weil das Beugungsscheibchen ja größer ist, aber ich kriege einen scharfen Rand und das ist schon mal gut für diese Fertigung. Ein solcher Fotolack reagiert unterhalb einer Schwellenlichtstärke nicht und nur etwas darüber ist er sofort zu 100% belichtet. Also so eine Ja-Nein, also wo ich vorher so einen verschwommenen Rand hatte, also hier die Intensität oder die Belichtungsstärke, die hat also so eine Rampe, da mache ich dann so eine Ja-Nein-Stufe, also eine scharfe Kante meines belichteten Bereichs. Kann ich damit realisieren? Nach Entfernen des belichteten Lacks zeigt der zurückbleibende unbelichtete Lack einen scharfen Strukturen, obwohl das Bild, mit dem der Lack zuvor belichtet wurde, verschwommene Ränder aufwies. Also mit dem Lack, der nicht linear ist, kann ich die Auflösung weiter verbessern, also sagen wir mal auf die Hälfte, dann sind wir bei 50 Nanometern. Hier zunächst mal kürzere Brennweite, da gibt es ja dieses schöne Bild, ich weiß gar nicht, ob ich das selber gemacht habe oder wo das herkam, ist aber auch mal ein Buch drin als Bildquelle und hier sieht man also, ja das ist natürlich nicht, also man kann Lichtstrahlen nicht fotografieren, sondern das ist gerechnet. Das sind also die Wellenberge und Wellentäler mit den Nulldurchgängen einer Lichtwelle und hier haben wir den Fokus mit einer länger brennweitigen Linse und hier den Fokus im unteren Bild mit einer kürzer brennweitigen Linse und man sieht, dass die Einschnürung im Fokus bei der kürzeren Brennweite, dass die schmaler ist, bei gleicher Wellenlänge. Ich kann also bei gleicher Wellenlänge einen schärferen Fokus erreichen, indem ich die Abbildung mit einer kürzer brennweitigen Linse realisiere. Also das lese ich jetzt mal nicht alles durch, was hier drin steht, aber das ist eine physikalische Erklärung des Verlaufs der elektromagnetischen Welle, die da so stark fokussiert wird mit unterschiedlichen Brennweiten. Das ist die Erklärung und das hat was dazu da auch damit zu tun, dass die Beugung jetzt nicht eingerechnet, sondern es ist erstmal so ein bisschen eine anschauliche Erklärung für dieses Phänomen. Eine kürzere Brennweite, dazu muss das Objektiv extrem dicht über dem Wafer sitzen oder bei meinem optischen Mikroskop, wenn ich so Zellstrukturen angucken will, muss das Objektiv des Mikroskops fast schon in die Zelle eintauchen, damit ich eine möglichst hohe Auflösung realisieren kann. Aber das ist das. Das ist, ja, also es ist ein Versuch, eine anschauliche Erklärung, warum das auf einmal eine höhere Auflösung bringt. Es bringt nicht, wie beim Elektronenmikroskop, einen Faktor 10 oder 100 höherer Auflösung, Armfaktor 2 oder vielleicht 3, kann ich damit realisieren. Ja, dann eben dieser nicht-lineare Fotolack hier mit so einem Bild dann mal illustriert. Wir haben also das Beugungsscheibchen und schicken das als Bild auf den Fotolack und der Fotolack, der hat so eine Belichtungsschwelle. oberhalb der Belichtung ist er auf einmal belichtet, dann kann ich ihn wegätzen und unterhalb ist er nicht belichtet. Wie man das chemisch macht, dass der Fotolack so nicht linear reagiert, sei dahingestellt. Ich sage es jetzt einfach mal, man kann diesen Fotolack kaufen. Ja, der ist also bei schwachen Belichtungen ist er nicht belichtet und wenn ich ein bisschen mehr belichte, ist er auf einmal total belichtet. Ja, und damit kriege ich hier eben eine scharfe Kante hin. Auch das ein Trick, das Beugungslimit zu überwinden und damit komme ich auf jeden Fall 193 Nanometer, also UV-Licht aus Lasern verwendet, dann eben diese numerische Apertur, also eine Riesenlinse ganz dicht über dem Wafer, über diesen zu belichteten Fotolack und dann auch noch der nicht lineare Fotolack. Damit komme ich auf die 45 Nanometer. Aber da sind wir jetzt schon 2022 längst jenseits. Und das ist hier dieses Morsche Gesetz oder Mursche. Ich weiß gar nicht, wie es auf Englisch richtig ausgesprochen wird. Zwei O's. Moore vielleicht. Mursches Gesetz. Also nicht Morsch im Sinne von Vermodert oder sowas, sondern der Typ, der das als erster Mal gesagt hat vor vielen Jahren, der hieß eben Moore. The number of transistors and microships doubles every two years. Also die Zahl der Transistoren auf einem Mikroschip verdoppelt sich alle zwei Jahre. Und über die ganze Lebenszeit, also meine Lebenszeit, seitdem ich überhaupt über integrierte Schaltkreise informiert werde aus der Presse, heißt es, das Ende des Morschen Gesetzes wird vorhergesagt, weil noch kleiner geht. Unmöglich. Kann man sich nicht vorstellen. Leuchtet ja auch ein, es gibt dieses Beugungslimit und das Feierabend. Also kleiner als 400 Nanometer geht nicht. Ja okay, dann kann man mit diesen Tricks 45 Nanometer realisieren, aber kleiner als 45 Nanometer geht auf gar keinen Fall. Ja, geht aber doch. Ja und hier sieht man das, hier wird es auch dann immer, immer, immer komplexer. Also hier gab es so einzelne Prozessoren, da gab es noch nicht so viel. Vielleicht kann man die Jahreszahlen nicht richtig sehen. Das geht also los, 1970. Ich weiß nicht, wie die die ersten Mikroschips da integriert haben, da waren glaube ich bloß fünf Teile drauf oder so. Und das hier ist die Zahl der Transistoren, geht bei 1000 los. Da haben wir schon eine Million, hier haben wir 100 Millionen und hier haben wir 50 Milliarden und das endet bei 50 Milliarden, hier AMD, Epic, Rome, die haben auch immer so fantasievolle Namen. Also wenn man schon so einen tollen Mikroschip mit 50 Millionen, 50 Milliarden Transistoren realisiert, dann braucht man auch einen tollen Namen. Also die Namen hier, also Atom heißt zum Beispiel einer, es geht noch, ist nicht so kreativ. Dann heißt einer Barton, da scheint mir der Erfinder zu sein, aber dann haben wir hier Duo Core, 2 Duo Wolfdale oder Pentium D Smithfield oder Ethanium Two-Wiss Double-Wiss Ethanium, nicht Titanium, Ethanium oder hier High Silicon Kirin oder AMD Ryzen oder Apple A13. Na gut, Apple kennt man ja, Apfel und A13 ist jetzt auch nicht so super kreativ. Und dann gibt es noch Apple A12X Bionic. Bionic heißt, das ist ein Bio-Chip, den kann man vielleicht essen. Ah, weiß ich jetzt nicht so genau. Also Bionic heißt er jedenfalls. Oder hier den IBM Z13 Storage Controller. Also der kontrolliert einen Speicher, eine Speicherstruktur, wo ich Daten speichere. Das sind auch solche Silizium-Chips. Ja, und hier ganz oben, was haben wir denn da? AWS Graviton 2. Das ist doch mein Name. Graviton, das hat überhaupt nichts mit Schwerkraft zu tun, Gravitation, aber er heißt Graviton 2 und suggeriert, dass wir jetzt bald in den Weltraum aufbrechen. Na gut, da sind ja schon ein Haufen Transistoren drauf und dann eben Epic Rome. Episches Rome. Äh, ja, was das mit Rom zu tun hat, weiß ich nicht so genau, aber jedenfalls tolle Namen. Und es geht eben hier, das Nächste Exponentialgesetz verdoppelt sich alle zwei Jahre, es geht nach wie vor weiter. Bisher also noch kein Ende in Sicht, obwohl jedes Jahr das Ende vorhergesagt wird. Die machen einfach weiter und haben das Beugungslimit jetzt schon ganz schön weit hinter sich gelassen. Ja, das hier ist auf Wikipedia, im englischen Wikipedia, also da findet man viel, viel mehr Informationen über die elektronische, über den elektronischen Fortschritt als auf dem deutschen Wikipedia, was ja vielleicht irgendwie damit zu tun hat, dass Deutschland oder deutschsprachige Bereich bei der Digitalisierung so ein bisschen hinterherhinkt. Vielleicht, ja, also einfach die Länge der Wikipedia-Informationen. Da steht drauf, ein Mikrochip hat viele Transistoren und geht gut, Punkt. Und in den USA, oh, Mikrochips, also es hört nicht wieder auf. Aber dafür findet man übrigens, nein, das sage ich jetzt nicht, also man findet andere Sachen auf dem deutschen Wikipedia viel besser, zum Beispiel Windenergie. Da ist also endlos viel über Windmaschinen. Also nicht Maschinen, die Wind machen, sondern diese Windkraftanlagen heißen sie. Gut, hier also aus dem englischen Wikipedia, Transistor Count, also nur die Anzahl der Transistoren, da ist ja auch relativ viel Information und eine Tabelle hier habe ich hier mal rauskopiert und war ein bisschen über diese 2000 verblüfft. Hier steht also Number of MOSFETs in Billions. Ich erkläre jetzt nicht, was ein Metalloxid-Feldeffekt-Transistor ist. Es ist ein Transistor, also das aktive Bauelement, das entscheidende Bauelement, eines jeden Transistorradios, auch eines Computerschips. Also Transistorradios, die funktionieren nicht mit MOSFETs, sondern auch mit NPN-Transistoren, also normale Transistoren ohne Metalloxid-Gage-Struktur. Aber trotzdem ist es selbe Prinzip. Ich habe einen Durchfluss von Strom durch zwei Pins, von einem Pin zum anderen und ein dritter Pin kontrolliert den Durchfluss von Strom, genauso wie bei einer Röhre, einer Triode. Da habe ich eine Gitterstruktur, eine Elektronenstrahlung, und ich steuere die Intensität des Elektronenstrahls in einer Elektronenröhre. Also drei Anschlüsse. Okay, das sind diese MOSFETs und das sind Billionen, also Milliarden in Deutsch. Und die sind heute, im Jahr 2020-21 sind es typisch ungefähr 50 Milliarden Transistoren. Und das stimmt auch überall mit diesem schönen Bild hier, das geht bis 50 Milliarden und dann ist Schluss. Na, hier steht aber dann noch, stehen noch zwei mit 2000 und 2600 Milliarden. Das sind dann Trillions in Englisch und was ist das denn, Billionen wäre dann in Deutsch. Also das ist ein bisschen verwirrend, weil hier steht Billionen in Englisch, damit sind aber Milliarden gemeint. Glaube ich jedenfalls. Also das ist selber für mich auch verwirrend. Aber ich glaube 2000 Milliarden, das sind also Trillions auf Englisch und Billionen auf Deutsch. Gut, das sind so auch die Geldflüsse in der EU, die kommen so in diese Größenordnung. 2000 Milliarden, 2600 Milliarden. Da gibt es also Chips, die haben einfach 20 mal mehr Transistoren auf ihrer Fläche als alle anderen. Wie haben die das denn gemacht? Also wir waren ja bei, also das ist eine andere, steht hier die Größe? Ne, steht hier noch nicht. Also diese Größe ist weit unter 45 Nanometern. Wir sind da eher bei 10 Nanometern oder 15 Nanometer Strukturgröße, also die Geldstruktur. Aber hier ist ja viel mehr. Also da sind die bei einem Nanometer oder wie machen die das? Also hier steht unten drunter, also ich habe einen Satz aus diesem längeren Wikipedia-Artikel hier reinkopiert. As of 2020, the highest transistor count in any IC, integrated current oder integrierter Schaltkreis, integrierter Schaltkreis, ship is a deep learning engine. Deep learning, tiefes Lernen. Ja, das wäre jetzt was für meine Studierenden. Die bräuchten auch so eine deep learning, engine, müssen sie nicht mehr selber lernen. Engine, core the wafer scale engine 2 by Cerebras. Cerebras, das ist eine Company in den USA. Und die haben, die haben dieses, welches ist es denn? Das hier, wafer scale engine 2 2600 Milliarden Transistoren. Und da habe ich mich gefragt, wie haben die jetzt eine viel, viel kleinere Auflösung, nein, die haben einen anderen Weg beschritten, der ist sozusagen brute force, also grobe Gewalt, die haben einfach einen großen Chip genommen. Hier ist ein Tennisball zum Vergleich, das Bild stammt hier von heise.de, da habe ich mich mal getraut, das rein zu kopieren, man kriegt ja eventuell jede Menge Ärger, wenn man einfach irgend so ein Bild verwendet. Aber es ist ja eine Universitätsvorlesung, außerdem ist das jetzt nicht so ein aufregendes Bild. das ist aber von Cerebras, also von der Company hier und man sieht, dass das einfach ein großer Chip ist, mit mehreren solchen Bereichen. Das heißt, der einzelne belichtete Bereich der Photomask ist immer noch so groß wie ein Prozessor, aber dieser eine Chip, es ist ein Chip, der ist einfach ein paar hundertmal oder ein paar zehnmal größer als ein normaler Chip, wird aber mit der gleichen Maschine, mit dem Waferstepper belichtet, der Waferstepper belichtet ja immer nur so einen kleinen Bereich. Ja, muss man natürlich dann miteinander verbinden, da gibt es dann Verbindungspfade irgendwie, aber im Prinzip haben die einfach einen ganz großen Chip genommen, da gehen natürlich mehr Transistoren drauf mit der gleichen Strukturgröße und hier sind jetzt aber die Strukturgrößen angegeben und die sind schon sehr überraschend. Also von Cerebras gibt es also den WSE1, der war noch grob mit 16 Nanometern. Ich hatte jetzt die ganze Zeit erklärt, wie wir auf 45 Nanometer kommen, wie man da auf 16 Nanometer kommt, da braucht man noch ein bisschen mehr Tricks. als die, die ich genannt habe, aber offenbar geht es ja und 7 Nanometer ist mir schlichtweg unvorstellbar, also wie die das gemacht haben, weiß ich nicht. Da müsste man versuchen, das rauszubekommen, vielleicht kriegt man es gar nicht raus. Sie sagen 7 Nanometer Strukturgröße. Die Silizium-Chip-Größe ist eben sehr viel größer als beim normalen Silizium-Chip, sieht man ja, es ist so ein großes Ding und da sind eben diese Trillionen im Englischen, also Billionen im Deutschen, 1000 Milliarden, also 1200 oder 2600 Milliarden Transistoren drauf und interessant ist der Stromverbrauch, weil so viele Transistoren, wenn das Ding jetzt arbeitet, es denkt also, es denkt ja nicht, also es arbeitet irgendwas, was auch immer dieses Ding macht, es macht irgendeine Computersimulation und dann verbraucht es ordentlich Strom für die vielen Schaltprozesse und das liegt bei 20 Kilowatt. Das heißt, diese relativ große Silizium-Platte strahlt eine Hitze ab mit 20 Kilowatt. Das ist so ein, ja das ist kein Heizlüfter, ein Heizlüfter, so ein kleiner Pusterich, mit dem ich mal kurz mein Wohnzimmer aufheizen kann elektrisch, der macht ja 2 Kilowatt und dann wird es nach einer Weile warm im Wohnzimmer. Das Ding hat 20 Kilowatt, damit kann ich ganzes Haus heizen mit der Abwärme. Also den muss ich wirklich kühlen, sonst schmilzt da einfach. Also 20 kW auf so einer Silizium-Fläche ist wirklich sehr, sehr ordentlich. Ja, damit haben die also mit brutaler Gewalt einfach ganz viele Transistoren miteinander auf einem Chip vereinigt. Aber irgendwie finde ich, das gilt nicht. Das ist jetzt irgendwie getrickst, weil die einfach einen ganz großen Chip genommen haben. Aber trotzdem, diese Verbindung zwischen den einzelnen belichteten Flächen, das ist ja nur auch wieder eine Schwierigkeit, das hinzukriegen. Ja, was ist denn Cerebras? Also, mir mutet das immer so ein bisschen traurig an, wenn ich das so lese, über die neuesten Entwicklungen. Ich habe das jetzt vor der Vorlesung recherchieren müssen, weil das ist ja alles neu. Also zum Beispiel hier, wann wurde die gegründet? Ach, das steht da gar nicht. Aber das stand irgendwo auf dieser Seite, also das ist die englische Wikipedia-Seite zu dieser Company. Ich glaube, hier wurden 2015 gegründet oder sowas. Und da passiert ganz viel in den USA, in diesem Bereich der Elektronik-Digitalisierung, also der Hardware in diesem Fall. Und ja, man könnte sich fragen, also wer programmiert denn Programme für so einen Riesenschip? Selbst wenn man den Chip hätte, dann haben sie ja, wie programmiere ich den denn? Und was mache ich denn überhaupt damit? Und da habe ich so das düstere Gefühl, dass da Europa so ein bisschen ins Hintertreffen gerät. Also es gibt da noch Samsung, das stand hier. Wo war es? Hier Samsung. Also Korea ist da auch dabei und ich bin sicher, dass China da auch mithalten kann über kurz oder lang. Also aus dem englischen Übersitz. Cerebra Systems ist ein amerikanisches Unternehmen für künstliche Intelligenz mit Niederlassungen in Sunnyvale und San Diego, Kalifornien. Dann in Toronto und Tokio. Cerebra baut Computersysteme für komplexe Deep Learning-Anwendungen mit künstlicher Intelligenz. Ja. Ja. Wollen wir mal hoffen, dass ich rede ja jetzt hier Deutsch und mache ein Video für deutschsprachige Menschen, dass da der deutschsprachige Bereich nicht so langsam sicher in der Steinzeit zurückbleibt. Argon National Laboratory has been using the CS-1. Das ist dieses, das ist ein Computersystem, was auf dem WSE-1 basiert. Also das ist ein Chip auch so groß, genau die gleiche Größe, aber wesentlich weniger Transistoren, nur 1.200 Milliarden. CS-1 since 2020. Also seitdem ist das Ding in Benutzung. Also da kann man Computer mit betreiben. In Covid-19 Research. Aha. Was? Die können irgendwas mit der aktuellen Pandemie da researchen in 2020. And Cancer Tumor Research Based on the World's Largest Cancer Treatment Database. Ich glaube, also steht da nur so kurz, was da wirklich gemacht wird, weiß ich nicht, kann ich nur vermuten. Ich glaube, es geht um Medikamenten und natürlich Impfstoffentwicklung. Und man hat ja unzählige verschiedene Möglichkeiten. Proteine, also zum Beispiel die mRNA-Impfstoffe, da gibt es ja jede Menge Möglichkeiten, die zu realisieren, sie zu bauen. Und wenn man das alles wirklich im Labor und dann an Versuchstieren und was nicht alles durchtesten wollte, da wäre man ja Tausende beschäftigt. Das wird im Computer simuliert. Diese Moleküle und deren Wirkungen auf ein biologisches System, also vermute ich mal, werden simuliert. Und für die simulierte Realität in den Arbeitsabläufen in einer Zelle, da brauche ich einen sehr großen Computer, der all das Zusammenwirken dieser unterschiedlichen Proteine, die da entscheiden, sind und auch der mRNA-Bausteine oder auch der DNA-Bausteine, die das simulieren können. Und ich weiß, dass allein die Proteinfaltung, also ein Protein ist ja ein Biopolymer, also eine lange Kette aus Aminosäuren und die falten sich entsprechend der Abfolge der verschiedenen Aminosäuren auf dieser Kette zu einer bestimmten dreidimensionalen Gestalt. In der Natur dauert das also sub eine Sekunde und im Rechner dauert es eine Ewigkeit, weil das zu simulieren, und dass auch noch das Richtige rauskommt, ist sehr, sehr aufwendig. Und da brauchen wir eben dann tatsächlich diese großen Silizium-Wafer, damit es schneller geht. Also, und Cancer und natürlich die Tumor-Entwicklung, also Tumore zu verstehen, Krebs und mit Medikamenten zu bekämpfen. Also da werden diese großen Silizium-Chips mit diesen Trillions, also Billionen von Transistoren verwendet für eine simulierte Realität, um die Entwicklung von Medikamenten und Behandlungsmethoden zu beschleunigen. A series of models running on the CS1 to predict cancer drug response, also die Wirksamkeit von Heilmitteln gegen Krebs, response to tumors, achieved speedups of many hundreds of times on the CS1 compared to their CPU-Baselines. Also wenn man eine normale CPU-Computer-Processor-Unit nutzt, dann wäre man 100 Mal oder was steht hier? Many hundreds of times. Mehrere hundert Faktoren, mehrere hundert schneller als auf einer gewöhnlichen CPU. Und wenn ich da eine Million verschiedene Medikamente durchkurbel, um eins zu finden, was gegen Leberkrebs oder gegen Darmkrebs hilft oder Gehirntumor, dann ist ein Faktor 100 entscheidend, weil es sonst zu langsam ist, da komme ich ja nie zu einem Ende. Faktor 100 heißt, ich kann das Problem jetzt auf einmal lösen durch Simulation und ein geeignetes Medikament gegen Krebs findet. Dafür also diese Milliarden und Billionen von Transistoren, wo man sich in den 70ern noch fragte, was will ich denn mit einer Million Transistoren? Ja, also das als Beispiel und das ist die Company hier mehrere, also ich weiß gar nicht, ist glaube ich jetzt schon sehr, sehr wertvoll an der Börse irgendwelche, ja das sind immer auch Milliarden US-Dollar, dann weiß ich gar nicht, ich glaube es war eine der teuersten Companies in den USA oder jedenfalls sehr, sehr teuer, Cerebras, ja. Also das sind Anwendungen in diesem Bereich. Ich finde diese Entwicklung geradezu umwerfend. Jetzt ein bisschen was über den Hintergrund der Digitalisierung. Also Digitalisierung, da hatte ich hier aus diesem Buch mal diese beiden Bilder produziert. Da sieht man einen Fisch und der wird durch Pixel dargestellt. Und die Pixel habe ich mal so groß gemacht, als kleine Vierecke, dass man sie sieht. Und man sieht, wenn wir mehr Pixel haben, dann sehen wir den Fisch ein bisschen deutlicher. Allerdings das Auge hier, das Auge, das ist bei der groben Rasterung nur ein Pixel, würde man also kaum sehen. Und hier kann ich also schon irgendwie eine feinere Struktur sehen, wie das Auge denn aufgebaut ist, aber ist immer noch sehr grob. Das heißt, je feiner die Digitalisierung, die Auflösung des Bildes ist in einzelne Pixel, umso mehr kann ich an Informationen in dem Bild übertragen. Also höhere Pixelzahl heißt höhere Auflösung, aber auch mehr Graustufen. Also hier habe ich ja nur zwei Graustufen, hell und dunkel und fertig. Aber wenn ich Graustufen für jedes Pixel realisieren will, dann muss ich in einem Pixel nicht bloß 0,1, sondern 0,1,2,3,4,5,6,8,9,10. Dann hätte ich also 10 Graustufen, aber eigentlich brauche ich nach der Wahrnehmung unseres Auges vielleicht 100 Graustufen. Und dann natürlich Farbe. Jetzt will ich pro Pixel nicht nur die Helligkeit, also die Graustufe haben, sondern vielleicht auch noch die Farbe. Ist blau, grün oder hellblau oder dunkelgrün oder grün-gelb. Da brauche ich also noch mehr Informationen für ein Pixel und das bei einem Film dann auch noch pro hundertstel Sekunde oder pro zwanzigsten Sekunde. Also dann geht es hoch mit der Pixelzahl für Informationsfluss pro Sekunde für jedes einzelne Pixel und wenn ich ein hoch aufgelöstes Bild habe, dann eben pro zwanzigstel, dreißigstel Sekunde. Also wirklich viele Megabytes. Und die Informationsübertragung im Sehnerv wäre sozusagen die natürliche Grenze. Ich muss ja nicht mehr Informationen auf meinem Fernseher, wenn ich so einen HD oder Ultra-HD-Fernseher habe, jedenfalls eigentlich, nicht mehr Informationen übertragen als mein Sehnerv an mein Gehirn vermittelt. Weil das ist ja dann das Nadelöhr. Also mehr Informationen als der Sehnerv. Ja und wenn ich meine Brille absetze, da sehe ich das auch noch unscharf, dann brauche ich ja nur noch Low-D, nicht HD, um einen Fernseher zu betreiben. Also besser als mein Wahrnehmungssystem, mein Auge und die Verbindung zum Gehirn, muss der Fernseher nicht werden. Ja, wie viel ist das denn im Sehnerv? Ja, da gibt es, da kann man nachgucken. Hier habe ich den Link angegeben. Ob das jetzt stimmt, ist eine zweite Frage. Da steht immer irgendwas im Internet, sonst was. Das kann auch manchmal nicht stimmen, was im Internet steht. Ja, das ist so. Also nicht alles, was im Internet steht. Also eigentlich ist es vielleicht sogar so, dass mehr als die Hälfte falsch ist oder jedenfalls übertrieben oder so, weil immer politische Interessen, technologische Interessen, Konkurrenzsituationen oder sonst was dahinterstehen. Weiß ich jetzt nicht. Also ich habe jedenfalls eine Seite unter Eureka, ah, Eureka ist wie Hurra Europa, Eureka Alert, aber nur mit einem A, Eureka Alert Punkt Ort. Ja, und da finden wir hier die Angabe, da ist auch ein Text dazu, ich habe es nur mal rausgenommen. Also die meinen 10 Millionen Bits pro Sekunde. Der Unterschied zwischen Bits und Bytes ist 8. Also 8 Bits sind ein Byte. Also das dient nur der Verwirrung der Laien, diese zwei Einheiten, also Bits und Bytes, Faktor 8 dazwischen, muss man sich merken. Ja, ist halt so. Und das sind also 1,2 Megabytes, das sind jetzt Bytes, deswegen der Faktor 8 hier, pro Sekunde. 1,2 MB pro Sekunde, mehr brauche ich nicht. Also das ist so ähnlich, wie mit diesen Millionen Transistoren. Wozu brauche ich die denn? Ich brauche bei der Auflösung eines Fernsehers eigentlich nicht mehr Information pro Sekunde, als mein Sehnerv überträgt. Stimmt aber nicht ganz, weil wenn ich so einen großen Fernseher habe, da kann ich ja verschiedene Zonen angucken. Zum Beispiel ist da der Schauspieler gerade in der Mitte und der sieht besonders gut aus, oder eine Schauspielerin, und die will ich mal vielleicht genauer angucken. Dann brauche ich den ganzen Rest. Mein Sehnerv konzentriert sich also auf das Bild dieser Schauspielerin oder des Schauspielers, und dann will ich den aber mit höherer Auflösung haben, weil mein Sehnerv sich da drauf konzentriert. Das heißt, damit das Bild tatsächlich, wenn man auf verschiedene Bereiche des Bildes schaut, dann auch einen guten Eindruck vermittelt, brauche ich eben mehr als diese 1,2 MB, wenn man MB sagt, man macht meistens Bytes und nicht Bits, pro Sekunde. Also ich hoffe, ich sage das richtig, ich bin mir gar nicht so sicher, wenn da MB steht, dann kann man wieder überlegen, ist das jetzt Bytes oder Bits? Das ist ja nur ein Faktor 8. Also hier geht es ja um viel größere Faktoren. Also 1 MB oder 10 MBit, ja. So, und beim Streaming haben wir folgende Daten, auch das aus dem Internet hier, HD-Videos 5 Megabit pro Sekunde. Hier steht Megabit, ja, also die Angabe ist ein Megabit. Ja, da gebe ich jetzt auch mit meinem Faktor 8 eine ganze Ecke unter meinen Sehnerv. Das heißt, HD kommt ja noch nicht mal an den Sehnerv ran. Da brauchen wir also mehr. Und deswegen haben wir 4K und 8K Auflösung. Und da kommen wir dann auf 50 Megabits pro Sekunde. Das wären dann ungefähr, ja, also da sind wir dann deutlich besser als der Sehnerv mit 4K. Und bei 8K kann man schon wieder grübeln, ob ich das jetzt unbedingt brauche. Da sind wir bei 50 Megabits pro Sekunde. Also eine Ecke mehr als der Sehnerv. Aber wie gesagt, da kann ich mir bestimmte Zonen des Bildes angucken oder ich stelle mich mit der Nase direkt vor den Fernseher und sehe sowieso bloß 20 Zentimeter. Dann werden diese 20 Zentimeter eben mit der richtigen Auflösung wiedergegeben. Also es hat dann doch eine hohe Tiefenschärfe und sowas alles. Also, ja, kann man sich drüber streiten. 8K, aber für sehr große Fernseher. Und wenn ich direkt davor sitze, dann macht das vielleicht noch Sinn. Ist aber so ein bisschen an der Grenze des Sinnvollen. Jedenfalls, man muss immer vorsichtig sein. Eine Woche später kommt dann einer, der hat das dreidimensionale Fernsehen erfunden und schon brauchen wir eine noch höhere Streamingrate. Ja, aber vorerst ist das jetzt mal so die Grenze, weil der Sehnerv nicht mehr übertragen kann. Und dann das 5G-Netz. Das hat 2 Gigabits pro Sekunde. Ja, 5G. Es gibt ja 5G-Gegner. Ja, das ist jetzt nicht die Corona-Debatte. Also, vielleicht guckt ja jemand dieses YouTube-Video oder meine Vorlesung ein bisschen später, also 2025 oder sowas. Dann ist die Corona-Pandemie schon längst zu Ende. Aber wir haben, also hoffen wir es mal, dass die dann zu Ende ist. Also, irgendwann sind aber Pandemien zu Ende. Es gibt keine ewigen Pandemien. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Ach so, also wenn man das viel später anguckt, dann wissen die Leute gar nicht mehr, dass es während der Corona-Pandemie gegen die Maßnahmen und auch gegen die Impfpflicht und so weiter gab es Maßnahmengegner. Und die waren gegen 2G und gegen 3G. Ja, und es gibt aber auch Gegner gegen 5G. Aber 5G ist jetzt nicht geimpft, genesen und keine Ahnung was, geboostert und noch irgendwas, sondern das 5G-Netz ist das neue Handynetz, was jetzt im Jahr 2022 vielleicht sogar im deutschsprachigen Raum installiert wird, was eben sehr viel höhere Übertragungsraten erlaubt mit dem Handy. Da kann ich also 10 HD-Movies gleichzeitig gucken. Ja, kann ich natürlich nicht, weil mein Sehnerv das nicht verträgt. Was mache ich denn mit so einer hohen Übertragungsrate mit 5G? Ja, das ist das Internet der Dinge. Da kann dann mein Kühlschrank direkt mit dem Supermarkt kommunizieren, also mit den Chips und dann die Milch nachbestellen, die ich haben will. Oder mein Auto fährt selbstständig und weiß auch, wo all die anderen Autos und Verkehrsteilnehmer sind. Und dazu brauche ich eine extrem schnelle Responsekommunikation zwischen dem Autocomputer und dem Internet in Submillisekundenschnelligkeit. Das kann 5G eben auch. Und die Schnelligkeit hat was mit der Übertragungsrate zu tun. Denn sonst wäre es so, dass wenn das Auto so selbstständig irgendwo lang fährt und da kommt von rechts irgendwie eine Schar Enden, ah nee, die Enden haben keinen Chip eingebaut. Also wir brauchen irgendwas, was eben im Internet auch sichtbar ist, also meinetwegen ein anderes Auto. Und es kommt heran und es braucht jetzt, sagen wir mal eine Sekunde, bis die Information bei meinem Auto angekommen ist. Da kommt von rechts ein Auto. Also nicht über die Kamera. Wenn man die Kamera sieht, könnte es, also die Kameras, die rundherum um das Auto, die Sensoren eingebaut sind, die nicht, die reagieren ja sofort. Aber über das Internet ist beim autonomen Fahren eben die Idee, dass die anderen Verkehrsteilnehmer auch Chips haben und es sozusagen im Internet einen Plan des Verkehrsablaufes gibt. Ich sehe also, wo kommt denn was. Und für den Flugverkehr gibt es das natürlich. Da gibt es Pläne, da sehe ich schon hunderte von Kilometern vorher, ob ein Flugzeug auf Kollisionskurs ist. Und dann gibt es eine Kollisionswarnung. Und das ist die Idee von diesem 5G-Netz. Und da brauche ich diese hohe Übertragungsrate, auch um sehr schnell reagieren zu können. Okay, habe ich das mal erklärt. Also 5G-Netz. Da haben wir diese extrem hohen Übertragungsraten und das geht natürlich auch nur mit höchstentwickelten Mikrochips. Höchstentwickelte Stand 2022. Ja, und dann gibt es noch als Vergleich das Brain. Das hatte mich jetzt mal interessiert. Das gehört jetzt nicht zu der Digitalisierung, sondern ich fand es einfach mal interessant. Also nehmen wir mal an, ich würde mein Bewusstsein transferieren wollen. Wenn das überhaupt ginge, also ich bräuchte dann eben eine höchstauflösende Computertomographie-Maschine, die alle Zustände aller Synapsen aufzeichnen kann. Mein gesamter Gehirninhalt, Gedächtnispersönlichkeit und was nicht alles. Und da gibt es Abschätzungen, auch wieder mit großen Fragezeichen, ob das stimmt. Aber da gibt es Leute, die haben sich Gedanken gemacht hier. Das ist Scientific American. Also müssen wir anklicken, aus welchem Jahr das ist. Aber ich glaube, der Gehirninhalt, der ändert sich ja nicht von Jahr zu Jahr. Also in Petabyte. Das sind 2,5 Petabytes hier, in diesem Artikel des Scientific Americans abgeschätzt. Das sind eine Million Gigabytes oder 8 Millionen Gigabit. Ach, Gigabit. Okay, Gigabit. So, dann kann man ausrechnen, ich glaube, mit diesen zwei Gigabytes hier, ja, das sind 4 Millionen, nee, das ist eine Million, das ist, ja, eine halbe Million Sekunden. Also das ist ja pro Sekunde. Eine halbe Million Sekunden, ich hoffe, ich habe das richtig gerechnet, eine halbe Million Sekunden, wie lange ist das denn? Also wenn ich jetzt meine Persönlichkeit, meinetwegen, ich komme jetzt wegen der Grenzbeschränkung bei Corona nicht mehr selber in die USA oder nach Japan oder sonst wo hin, sondern transferiere nur meine Persönlichkeit als Kopie dahin, ja, dann brauche ich nicht diese ganzen Covid-Zertifikate und Visa und was nicht alles. Wie lange würde das denn dauern mit der aktuellen, also sagen wir mal, die 5G-Übertragungsrate? Da würde man denken, schwupps, ist man drüben. Nein, also weil eben der Gehirninhalt, also doch irgendwie Speicherinhalt, Informationscontent ist eben doch beträchtlich. Es würde mit der heutigen 5G-Übertragungsrate immer noch drei Jahre dauern, eine Persönlichkeit zu übertragen. Ja, also es ist natürlich viel schneller, als mit Morsen, damit ging ja die Kommunikation zum Beispiel zu den USA los, mit so Überseekabeln, also hatte man dann so die Möglichkeit zu Morsen später dann telefonieren. Da hätte es dann, ja, Millionen oder Trillionen gedauert, aber jetzt dauert es drei Jahre der Persönlichkeitstransfer. Das nur mal so, damit man so ein Gefühl hat, aus wie viel Information bestehe ich eigentlich selber im Vergleich zu dieser Übertragungsrate. Gut, ja, jetzt will ich das speichern. Also seht mal an, ich will den Persönlichkeitsinhalt eines Gehirns, eines Menschen aufspeichern. Ja, hatte ich jetzt, also was hatte ich gesagt? Wie viel ist das? Petabytes. Ja, also Millionen Gigabytes. Ja, also ziemlich viel. Kann ich das auf einer CD speichern? Nein, kann ich nicht. Also hier sehen wir die Bits auf einer CD. Die Bildquelle ist wieder angegeben in diesem schönen Buch hier, also was allerdings aus 2013 ist. Wir sehen hier eine CD und das ist ja ein optischer Speicher, also da wird das mit dem Laser abgefragt und auch mit dem Laser reingeschrieben. Und wir sehen hier die einzelnen Bits, also lang, kurz, lang. Es ist ein Morse, eigentlich so ein 0,1 oder Morse-Ding. Also Vertiefung, keine Vertiefung, ist 0 oder 1. Elektronenmikroskopische Aufnahme einer CD, Compact-Dies. Das sind diese glänzenden Scheiben. Das Strichpunktmuster in der reflektierenden Schicht enthält das digitale Tonsignal, also bei einer akustischen CD, wo ich Musik mithören kann. Die Spuren laufen diagonal von unten rechts nach oben links durch die Aufnahme. Ja, und wir sehen die Skala 2 Mikrometer, also ein so ein Bit, wenn das hier mal so, die sind unterschiedlich lang, also das ist wahrscheinlich hier ein Bit. Naja, so sieht es so aus. Hat so eine Länge von einem Mikrometer. Im Gegensatz zu unseren 10 Nanometer-Gate-Strukturen ist das jetzt also sehr, sehr groß. Das ist also dinosauriermäßig. Allerdings sehr, sehr viel kleiner als zum Beispiel die Buchstaben in einem Buch. Das ist ja auch eine Speicherung von Informationen. Also, ja, ist schon mal ganz gut, aber doch für die Nanotechnologie. Also es ist überhaupt keine Nanotechnologie, weil es ja eben auch mit optischen Methoden funktioniert. Bei der Festplatte, die heute immer noch sehr viel in Gebrauch ist, weil die eben eine längere, sichere Datenspeicherung ermöglicht, haben wir es schon mit sehr viel kleineren Strukturen zu tun. Das hier ist das Bild einer geöffneten Festplatte an der Spitze des schwenkbaren Arms. Der fährt da immer so hin und her. Das ganze Prinzip ist eigentlich immer noch das Prinzip der alten Schallplatte. Also da hat man ja so eine Spur mit so Unebenheiten oder Grammophon. Also eigentlich ist das immer noch das Prinzip des Grammophons. Das Ding dreht sich also und hier gibt es so einen Kopf, der das Signal abfragt, aber das Signal ist magnetisch gespeichert. Die Festplatte ist also eine Scheibe aus einem metallischen Träger und da ist eine magnetische Schicht aus magnetischen Nanopartikeln aufgedampft. Und diese Nanopartikel können magnetisiert werden und zwar up oder down. Und das ist dann das digital gespeicherte Signal. Ditzel, Schreib- und Lesekopf. Der Kopf schwebt nur 20 Nanometer über der Oberfläche, also je dichter da drüber schwebt, ähnlich wie bei der numerischen Apparatur, umso kleiner und feiner präzisiert kann ich das Magnetfeld machen, was auf die Festplatte schreibt. Der Kopf, also 20, und jedes Staubkorn würde einen Plattencrash herbeiführen. Daher sind diese Festplatten gekapselt. Und der Durchmesser der Scheibe ist 6,5 Zentimeter. Ich glaube, es sind 2 oder 3 Inch. 2, 2, ja, weiß ich jetzt nicht so genau. Irgendwie in Inch ist es dann ein runder Wert. Und so sieht mit einem MFM aufgenommen, das steht hier, Magnetisierungsspuren auf der Oberfläche einer Festplatte aufgenommen, mit einem Rasterkraft-Mikroskop mit magnetischer Spitze. Heißt MFM, Rasterkraft, ist also kein Tunnel-Mikroskop. Ja, ich will ja magnetische Strukturen sehen, eigentlich sehen, Anführungsstrichen, also soll eine Kraft auf die Spitze, die Spitze, die da drüber rastert, ausüben. Das ist also ein Atomic Force-Mikroskop, AFM, und das reagiert auf Kräfte auf die Spitze, nicht den Tunnelstrom. Allerdings magnetische Kräfte, das heißt, die Spitze muss magnetisch sein, also einfach eine Eisenspitze, die tun, die es nicht oxidiert ist. Und das nennt man MFM, Magnetic Force Microscope. Aber das Prinzip ist das Raster-Sonnen-Mikroskop, also Raster-Tunnel-Mikroskop oder in dem Fall Raster-Kraft-Mikroskop. Die hell-dunkel Kontraste bedeuten entgegengesetzte Magnetisierung. Die Bits auf dieser etwa 15 Jahre alten Festplatte, gegenüber heute oder 2020 hier, haben eine Größe von 300 mal 150 Nanometern. Also viel gröber als die 45 Nanometer von unseren geätzten, also mit den Wafer-Steppern hergestellten CPUs. Aber es ist eben ein Speicher und kleiner konnte man eben diese Magnetfelder damals nicht machen. Heute, 2022, sind die Bits erheblich kleiner, unter 30 mal 30 Nanometer. Also die Magnetfelder kann ich einfach nicht so genau fokussieren. Also sie hinken hinterher die Bitgröße gegenüber den geätzten Strukturen auf den CPUs, auf den Silizium-Chips. Es sollten in der Zukunft sogar, es steht da jedenfalls, 20 bis 100 Terabyte Flashplatten möglich sein. Je kleiner die Bits sind, umso mehr Bits kann ich natürlich auf einer gleich großen, 6 oder 7 Zentimeter durchmessenden Magnetscheibe speichern. Ja und so sieht so ein Ding aus. Jetzt habe ich hier, oh hier ist ja gar kein, gar kein, ist irgendwie nicht angegeben, der Link, wo es herkommt. Also ich glaube von Amazon ist das ein Werbebild. Also das ist ein Intenso Memory Drive, 2 Terabyte, Stand 2022 und kostet irgendwelche 50 oder 100 Euro. Also hier sieht man ein Laptop zum Größenvergleich, hier ist ein USB-Anschluss und so sieht das Ding aus und dann gehen 2 Terabyte drauf. Und 2 Terabyte ist jetzt wirklich eine ganze Menge. So, jetzt habe ich also fast schon mal eineinhalb Stunden durch und will jetzt noch abschließend meine, noch erklären, was eigentlich die Speicherelemente auf so einem, auf einem USB-Stick sind. Jetzt habe ich hier gerade mal, sorry, ein bisschen Husten, kein Corona-Husten. Ich wollte mal erklären, wie jetzt noch ein USB-Flash-Speicher geht. Das ist ein Speicher, der nicht magnetisch ist, sondern mit einem anderen Prinzip, speichert aber auch permanent. Also bei Stromausfall ist nicht alles weg. Und das ist ja zum Beispiel im USB-Stick der Fall. Und die gibt es ja auch schon bis, ja ich glaube, 250 Gigabyte oder so. Und das sind diese kleinen Dinger. Und wie speichern die denn eigentlich die Informationen? Das ist ein sogenannter Flash-Speicher. Funktionieren mit einem MOSFET, mit Floating Gate. Da ich in der Vorlesung nicht erklärt habe, was ein MOSFET ist, hilft das jetzt Leuten, die nicht wissen, was ein MOSFET ist, nicht allzu viel. Aber das Speicherprinzip ist ein geladener Kondensator. Und man kann sich vorstellen, dass ein geladener Kondensator nicht ewig geladen ist, weil es immer so Leckströme gibt. Und das ist eben auch genau das Problem bei den Flash-Speichern. Sie sind, also USB-Speicher oder auch diese nicht-mechanischen Festplatten in den Laptops, die speichern nicht für immer. Sondern das sind geladene Kondensatoren, die die Bits speichern, also geladen oder nicht geladen. Und die entladen sich mit der Zeit über Leckströme. Das ist thermisch angeregt. Und je heißer es ist, umso weniger lange hält das Ganze. Also in heißen Ländern halten die Bits da die Information nicht so lange. Und hier ist also in die Gate-Struktur eines MOSFETs. Also Transistoren haben ja drei Anschlüsse, nicht? Eins, zwei, drei. Und zwar haben wir einen durchlaufenden Strom und der wird gesteuert durch eine Spannung, die am Gate anliegt. Immer noch das alte Prinzip der Elektronenröhre namens Triode. Ja, nur eben ein paar Nanometer groß. Und da ist eingebaut ein Metallstück als Floating Gate. Und hier zwischen ist eben eine Oxydsticht. Das heißt, dieses Floating Gate, dieses Stück Metall, ist eingebettet in Oxyd. Das ist gar nicht irgendwo angeschlossen. Es ist einfach frei Floating, also es ist nicht angeschlossen. Ein Flash-Mosfet mit einer zusätzlichen, vollkommen vom Isolatormaterial eingehüllten Gate-Elektrode, Floating Gate, ist hier gezeigt, das Prinzip. Die Ladung auf dieser Elektrode bleibt jahrelang bestehen. Ja, aber eben nicht jahrzehntelang. Der Ladungszustand kann nur über den quantenmechanischen Tunneleffekt geändert werden. Das habe ich erklärt. Den brauchen wir beim Rastertunnel-Mikroskop. Also ich kann da irgendwie mit Gewalt Ladung Elektroden reinbringen oder auch wieder raussaugen, aber da brauche ich große Potentialänderungen. Und er fordert, dass Anlegen einer relativ hohen Spannung an das normale Gate. Also gesteuert wird, die Ladung auf dieser Floating Gate über die Spannungsdifferenz zwischen dem eigentlichen Silizium-Chip und dem Gate über dieser Isolator-Schicht. Und dann kann ich das also als Speicher beschreiben, indem ich das lade. Oder man hat eben ganz viele, also Milliarden dieser Transistoren auf einem USB-Speicher-Chip, Milliarden davon, und die kann ich beschreiben. Und dann sitzt also meine Information als Ladung oder eben nicht Ladung, 0,1, auf dem Floating Gate. Und dann ist eben die Frage, wie lange bleibt die Ladung da? Oder geht die irgendwann mal verloren? Und so sieht ein Flash-Speicher-Chip aus. Man sieht hier einen Daumen und das ist der Chip selber. Eine wunderschön fein ziselierte Struktur. Zeigt Interferenzfarben oder vielleicht ist es sogar so klein, dass es noch nicht mal mehr Interferenzfarben gibt. Und das ist ein Flash-Speicher-Chip mit einer Kapazität von 16 Gigabyte oder 16.000 Megabyte und einer Größe von 1,5 Quadratzentimetern. Und damals hatte man noch andere Vergleiche. Heute würde man sagen, da passt so ein ganzer HD-Movie drauf. Auf diesem Chip ließe sich der Text der Bibel 5.600 Mal speichern. Ein Bild hat eine Größe von 34 mal 34 Nanometern, also bei dieser Technologie. Ist wahrscheinlich auch aus dem Jahr 2010. Erzeugt wurde dieser Chip mit einer 20 Nanometer-Prozesse-Technologie der Fotolithografie. Da sind wir also auch schon, ich vermute mal 2010, deutlich unter unseren 45 Nanometern. Und dann kriege ich eben auf so ein winziges Scheibchen Silizium eine Menge Informationen drauf. Und jetzt habe ich gestern noch mal im Internet geguckt. Da gibt es also hier, da ist der Link angegeben, Amazon, da hat sie mal eine ganze Menge Fotos. Die haben ja mal so ein USB-Chip aufgeklappt. Ich weiß nicht, ob man das wirklich sieht hier, ob da eine Scheibe eingebaut ist oder ob das hier für dieses Werbebild gemacht wurde. Das ist der USB-Stick. Der hat ja diese Anschlüsse. Also so ein kleines Ding. Und da drin ist noch sehr, sehr viel kleiner, ein paar Quadratmeter, Millimeter groß, der Speicher-Chip. Und der kann heute 512 Gigabyte speichern. Es wird also immer doller. Das sind die Speicherkapazitäten, aber eben auch die Rechenkapazitäten mit diesem Monster-Chip, wo ich eben neue Medikamente für die Covid-Pandemie oder auch für Krebstherapie entwickeln kann. Gibt es aber auch noch viele andere, also unvorstellbar viele andere Anwendungen. Und zum Schluss jetzt noch, aber ich habe es schon wieder überzogen, aber das ist ja auch, ich muss sie mal überziehen irgendwie, sonst werde ich mal nicht fertig. Also zum Schluss Solid State Drive, also die Laptops, und hier steht einer, mit dem ich dieses Bild hier projiziere, die hatten ja früher so magnetische Festplatten. Die rollen dann immer so los, weil die erstmal beschleunigen müssen und wenn einem der Laptop runterfällt, ist die Festplatte im Eimer, diese rotierende Fläche, und dann ist die Information weg. Deswegen muss man immer Backups machen. Ja, heute haben wir aber SSDs, und das sind auch Flash-Speicher. Nicht immer, ich glaube, es gibt noch irgendein zweites Prinzip, aber jedenfalls gängig ist, sind diese Flash-Speicher mit dem Floating-Gate. Und da kann man eben, die sind ein bisschen größer, so sehen die aus. Sie haben eine Standardgröße, weil die dann auf die Ports in den Laptops reinpassen. Und die sehen hier so aus, 2,5 Inch, das ist offenbar Standardformat. Und ich kann eben meine magnetische Festplatte auch rausnehmen und stattdessen eine SSD-Platte einbauen. Das sind dann jede Menge Flash-Speicher, die die gleiche oder vielleicht sogar eine höhere Speicherkapazität haben. Aber den Nachteil, dass sie die Information nicht über 10 Jahre oder so hinaus bewahren. Und die haben wir also auch aus Wikipedia, hier unten, wo ist es denn? Hier oben steht der Wikipedia-Link. Und da haben wir eben bis, also Kapazität bis 100 Terabyte, bis jede Menge. Und dann Schreibvorgänge, so und so viele. Und da gibt es die verschiedenen Größen, 21 Nanometer, 25, 34, 50 Nanometer Technologie. Und die Lebensdauer ist dann 1.000, 5.000 oder 10.000 Schreibvorgänge. Und da gibt es auch eine Angabe in Jahren, ich glaube maximal bis 10 Jahre. Und dann wird es nicht mehr garantiert, dass es Bits erlöschen. Das war am Anfang, als diese USB-Speicher-Chips aufkamen, tatsächlich ein Problem. Nach ein, zwei Jahren war die Information auf einmal weg. Da war es gelöscht. Konnte man, wenn man Glück hatte, es neu beschreiben. Oder das Ding war überhaupt im Eimer. Also heute sind diese USB-Speicher-Chips sehr viel zuverlässiger geworden. Das hat was mit der Isolation, dieses Floating Gates in dieser Oxyd-Schicht drin zu tun. Und für die SSDs können Sie sogar in, besonders, also bei Dingern, die eben speziell für hohe Lebensdauer gebaut sind, im professionellen Bereich, können Sie eben sehr viel längere Lebensdauern, Schreib- und Leseprozesse und Ähnliches dann gewährleisten. Aber wir sind mit den Speicherdichten noch weit entfernt von dem, also ich würde jetzt gerne doch mein Fotolithografie-Kapitel zu Ende machen. Ich habe jetzt eine Stunde, 30 Minuten und ein bisschen mehr geredet. Aber ich will das noch zu Ende machen. Das Bild habe ich schon mal gezeigt. Da geht es darum, was eigentlich machbar ist. und all diese Fotolithografie-Dinger, alles, was ich hier berichtet habe, ist Fotolithografie. Es ging los mit der Platine bis eben zu diesen hochintegrierten CPUs, also Computerchips mit Milliarden oder Billionen an Transistoren. Die sind zweidimensional. Flash-Speicher der 20-Nanometer-Technologie haben 0,001 Terabyte pro Kubikmillimeter. Das ist pro Volumen gerechnet. Weil eigentlich geht es nicht um Fläche. In unserem Gehirn geht es um Volumen. Die Natur hat schon immer in Volumen gedacht. Ich meine, so eine Ameise kann sich nicht so einen 1 Millimeter dicken Siliziumschipp in den Kopf einbauen. Der ist ja viel zu dick. Und die aktive Zone des Siliziumschipps ist sowieso hauchdünn. Also diese Dicke bringt es nicht. Weil es aber zweidimensional ist. Die ganze Prozestechnologie dieser Fotolithografie ist eigentlich ein Dia an die Wand werfen, also eine Projektion. Und das ist zweidimensional per Definition. Und die dreidimensionalen Speicherdichten, da gibt es Feynmans Vision, der dachte, in einem Kubiknanometer kann ich eigentlich 8 Bit unterbringen. Im Prinzip, das ist so ein physikalisches Limit, da komme ich auf 100.000 Terabyte pro Kubikmillimeter. Nicht Quadratmillimeter, Kubikmillimeter jetzt. Und die Erbsubstanz, da ist es ja realisiert, hat genau die gleiche Informationsdichte, weil die Natur eben an dieses physikalisch-theoretische Limit natürlich herangekommen ist im Laufe der Evolution oder eigentlich schon ganz zu Beginn der Evolution. Und davon sind wir mit unserer fantastischen Technologie, die uns so fantastisch ermutet, aber noch meilenweit entfernt. Also das sind ja so viele Größenordnungen, das ist ja eine Milliarde. Also dieser Schritt von zweidimensional auf dreidimensional, der fehlt bei den Computern noch komplett. Aber die Natur hat es realisiert. Ja, gut, aber dann höre ich jetzt auf. Es gibt noch einen weiteren Aspekt bei der Lithographie, das ist die EUV-Lithographie, extrem ultraviolettes Licht, also extremes ultraviolettes Licht, extrem ultraviolett. Und ich sagte ja, man kann kleinere Strukturen bauen, wenn man kürzere Wellenlängen hat, mit den gleichen Verbesserungsmöglichkeiten, mit diesen großen Objektiven, aber es geht eben nicht mehr mit den großen Objektiven, weil noch kürzere Wellenlängen gehen eben nicht mit Objektiven. Da brauche ich eine neue Technologie. Und daran arbeitet die Halbleiterindustrie. Und das bringe ich als Ende meines Fotolithographie-Kapitels dann zu Beginn des nächsten Males. Und da kommen noch ein paar andere Lithographie-Methoden, da bin ich heute nicht mit fertig geworden. Aber es ist ja die Grundlage der Informationsrevolution, die schon seit den 70er Jahren über den Planeten rollt. Also mehr dazu. Nächstes Mal vielen Dank für dieses Mal. Und bis zum nächsten Mal.